So, da wären wir, Chat. Plastomorphosis. Neues Spiel, kam diese Woche raus. Mittwoch oder so. Und ist... Oh. Ist so ein Silent Hill-like. Retro-Shit. Ja, die Bitrate wird wahrscheinlich ein bisschen sterben, wenn wir diesen Filtereffekt haben. Aber ich hoffe, man kann ihn ausmachen. Hier. Ne, ein Noise-Effekt. Den müssen wir reducen, ne? Genau. Sonst stirbt der Stream und ihr seht hier gar nichts, ne? Weil dann kommt Twitch nicht drauf klar. Ja, kam diese Woche raus. Sieht sehr cool aus. Ist sehr schwarz-rot. Und sehr arzi-fazi. Und ja, ist halt wieder wie typisch Silent Hill und Resi-like, ne? Survival-Horror-mäßig mit festen Kameraperspektiven und so. Und... Ähm... Ich bin gespannt, was das wird. Ich hoffe, das wird cool. Pixelation-Effekt. Wir machen mal Very Low. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, besser für den Stream. Sag mal, wie ist Silent Hill so? Geil! Okay, wir fangen einfach an. Äh... Movement-Type. Tank oder Modern? Wir nehmen auf jeden Fall Modern. Äh... Citizen-Type. Also ich kann Boy oder Girl spielen. Okay. Hintz about the location of key-items on the map. Ja, machen wir. Machen wir. Damit wir besser durchkommen. Weil ihr kennt mich. Ich bin sehr schnell verwirrt. Verlauft mich sehr schnell. Und dann sitze ich hier und bin genervt. Und ihr seid genervt. Ich soll eine Frau spielen. Okay, dann spielen wir eine Frau. Hey, Ricky, was geht ab? Geh mal rein. Bin immer genervt stark. Hallo, mein Name ist Ava. Ich hoffe, jemand ist listening zu diesem Bild. Ich bin auf meine Weise in der Modernen Stadt. Ich glaube, ihr seid wie ich, evakten von darken Energie-Bursts das aufspreaden auf dem Kontinent. Ich hoffe, die modernen Stadt wird ein sicherer Haus für mich und andere Menschen, auch. Vielleicht sogar ein Haus. Ich werde die Noten verlassen, in der Fall, wenn etwas falsch geht. Aber in irgendeiner Weise meine Geistung sagt, dass es wird... Signal ist... Attention, all citizens. Everyone arriving in modernen Stadt on the evacuation train must be screened for residual darken Energie radiation. Any citizens, who do not comply with this request, will be subject to a charge of anti-social activity. Darken Energie? Hey, there's a stranger. It's Ava's message. I hope it reached you. Wieso ist da ein QR-Code? Wo ist mein Handy? Ich kann den QR-Code nicht lesen, irgendwie. erst mal Virus runterladen. Könnt ihr den lesen, Chat, oder ist das nur... nur... Design, ist kein richtiger wahrscheinlich, ne? Ich mache kurz leise hier. Okay. You've probably arrived and are waiting for your transfer. For now, you can stretch the muscles of your legs on the platform. Just don't buy water from the vending machines. It tastes weird. Does it have something in it? Anyway, it doesn't matter. Oh, what? If you need privacy, follow the green light to the restroom. It's easy to get in, but it's hard to get out. Just kidding. If anybody bothers you, turn around and better run away. People here are nasty after the evacuation. You can use my, well, now your phone as a flashlight. Don't lose it in the dark. You'll still need it to keep track of everything you've got. I'll leave special QR-Codes on the walls so I can help all the newcomers because everyone is as intimidated as possible. I hope the codes don't get erased by the soldiers of Sovereign, though they are obviously not up to it right now. Well, good luck. Hope you might soon. Okay, also sind die QR-Codes eher ein Spielelement im Spiel selbst, weil man mit einem Handy rumläuft. Man kann es mit dem Gamepad spielen. Wieso spiele ich nicht mit dem Gamepad? Ich nehme mein Gamepad. Wurde mein Gamepad angenommen? Scheint. Scheint so, ja. Okay. Also die Stadt scheint wohl irgendwie evakuiert zu sein wegen irgendeiner dunklen Energie oder so, die die Menschen befällt. Carunium! Dankeschön für 22 Monate. Und überall stehen Mannequins. Vielleicht wurden alle Menschen in Mannequins verwandelt. Ist das ein Mannequin? Mit einem Tee? Ist es ein Fashion Show? Oh, well, okay. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Und hey, Tim. Ich soll ja dem grünen Licht folgen, aber ich schau mich nur kurz mal hier um. Warum nennen sie nicht ihren Motorradhelmen ab? Ja, vielleicht ist das vielleicht hilft das gegen diese Dark Energy. Water Bottle. Okay. Es hieß ja, ich soll kein kein Wasser hier kaufen, ne? Better than Human. Wieso steht da Better than Human? What the fuck? There is definitely something mixed in this new water from the government of Sovereign. You don't feel thirsty or hungry and get more energy from nowhere after drinking just one bottle. Some kind of miraculous water. Okay. Alright, it's time to go to the second floor for the screening process. It's so strict. Everyone is also intimidated by this excessive dose of dark energy. I need to be more careful. Okay, also, wenn wir das Zeug ist, also von der Regierung das Wasser und das sättigt dich und gibt dir neue Energie und plötzlich sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Ha! Ich glaube, die Welt will die Menschheit ausdünnen. Fourth part of Magnet. Okay. Ach ja, warte, ich werde nochmal kurz das Spiel nesle mal wieder halt wirklich. Emergency surface exit reserved solely for unforeseen consequences. Ja, sieht schon ziemlich unvorheil. Sieht auf jeden Fall nicht geplant aus hier. Es ist lockt. The door knob is engraved with heart symbol. I wonder what that could mean. Aha, Resident Evil. bin ich der Einzige, der richtig Kopfschmerzen bekommt bei der Grafik? Am besten Augen zumachen. Dann klappt es bestimmt besser. Ich kann auch noch hier rein. brauchen wir eine Brechstange oder so, einen Hammer oder irgendwie sowas. Aber true, sie trägt rote Klamotten, sie fährt Motorrad, wirklich einfach Claire, Claire Redfield. The unforeseen consequences procedure has been initiated. Use the security keypad to circumvent the override on gate access. Gehen wir mal in den grünen Raum. KG Horror ASMR. Ja, ist doch nice. Moment, das ist gar nicht der grüne Raum hier, ne? Ne. Ich kann aber theoretisch schon hier lang, oder? What the fuck? Okay, ich denke, grün ist dann speichern und da geht's dann eigentlich weiter, ne? Ich hoffe, ich hab kein begrenztes Inventar, ich hoffe, ich hab kein begrenztes Inventar. Okay, auch von Sovereign. 9mm Clip. Wasser und Pillen. Ich weiß nicht, ob wir was von der Regierung irgendwas fressen sollten, Alter. Von Sovereign. Oh, jetzt setz ihn ab. Was ist going on hier? Oder auch nicht. Where is everybody? This place feels so empty. I'm waiting for you. In a new place, in a new reality, where humanity is free from its shackles. promise me that you will come. Nein, die Musik ist nicht aus Silent Hill. I thought I saw a ghost where I said Eva, the girl who left the phone on the train, I just don't know, but this is all too weird. Shotgun? The flush button is broken, so the water cannot wash away. The sewage. Okay. I should try knocking on the drain tank, maybe something will come of it. Knock on the left. The flush button is okay. Knock on the right. Und ich muss fluschen. Es ist nichts passiert. Wir brauchen Pömpel auch noch. Okay. I can use this laptop to write data from evacuation. Safe progress. Okay. Ich kann mal die Effekte wieder alle anmachen. Wie sieht das dann aus? Okay. Oh, Taschenlampe. Okay, ich kann nicht ins Menü wieder. Da ist Map. Ich kann gar nicht ins Menü wieder. Okay. Vielleicht eine bestimmte Kombination aus rechts, links hieben. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Es sind Würmer und da ist irgendwas Rotes da drunter unter den Würmern. Da waren... Oh, da sind Pfeile oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab die gar nicht gesehen. Wow. Ich hab die gar nicht gesehen. 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 Okay, hat geklappt. Das ist ein Medikit, okay. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit nur in die Toilette reingeschaut, aber nicht oben. Ich bin halt ein Typ, ich gucke immer auf den Boden. Weil ich Respekt habe vor der Menschheit. Ja, es ist ja gut eingepackt, okay. Das ist schon okay so. Dann war es da in der Toilette mit irgendwelchen Würmern, aber es ist gut eingepackt. Der ist ja alles eingetütet, luftdicht und so, ne? Passt schon. Ja, diese geilen festen Kameraperspektiven. Bin ich Fan. Will Jumpscares haben mit diesen komischen Kameraperspektiven. Ich finde, mehr Spiele sollten heutzutage wieder so, so ne Kameraperspektiven nehmen. Die Tür ist lockt. Ja, da ist ein strange, bloody Inlet. Ich wundere, was kann ich es öffnen. Okay, wir können hier gar nicht weiter. Ich will das gar nicht. Ne, das ist mega geil. Alles heutzutage nur noch First Person. Was Horror angeht. Und so hast du viel mehr Kreativität. Und bei First Person ist dann so, jetzt ist was Gruseliges passiert und die Kamera zieht automatisch dahin und so. Und das fühlt sich dann immer so gezwungen an. Und irgendwie nicht wirklich immersive. Hier finde ich, ist super viel Spielraum dann für Kreativität. Wenn man so feste Kameraperspektiven macht. Und dann kann man da schon irgendwie was Nices draus machen. Ähm... Da habe ich was übersehen. Ich finde alles nice, solange es nice ist. Ja, fühle ich. Achso, ich bin hier gar nicht reingelaufen. Hier. Hier ist ein Exit. Okay. Gehen wir mal raus, ne? In die Stadt. Mal gucken, wie es draußen aussieht. Ui. Ui. Da ist ein Auge. Bingo. Der rechts im Monitor ist ein Auge. Activate power sockets device. Okay. I don't have enough power plugs. Okay. The door is locked using some kind of electronic lock. Was ist das für ein komischer, komischer Virus? Was ist das für eine komische Krankheit, dass alle zu Puppen werden? Oder... Oder... Die stehen da gar nicht. Das sind gar keine Menschen gewesen vorher. Sondern wir durchleben gerade quasi, wie ihr Körper kontaminiert wird. Und sie sieht jetzt überall Puppen, die eigentlich gar nicht da sind. Hey, es ist Eva spricht. Ich hoffe, du bist okay. Ich kann das nicht sagen, dass ich mich selbst sagen kann. Soldaten von Sovereign versuchen jetzt, das gesamte Komplexe zu schützen, wegen einer Erzeugungskontaktion. I think I found a way to get out of here through the maintenance room. To open the maintenance room, you need to correctly place the power plugs into sockets. But to avoid the change of the code, I encrypted it in a small poem. Don't blame me, okay? I tried my best. The message with the poem will be sent immediately to your smartphone. Oh nein. Somewhere in the middle it awaits. The Reaper for the prey. The brave warrior don't fear. The Reaper gazes into its eyes. There is a void. No between warrior and Reaper. The sun is at its dawn and rises from the void horizon. The rays light up the Reaper. Okay, from Eva, I don't know how better to encrypt this. Hope this will help you to unlock the electronic lock. Ja, das wird wahrscheinlich dann, nicht wahrscheinlich, sondern das ist dann das Rätsel hierfür. Aber dafür müssen wir erstmal die Plugs finden. Und dann müssen wir sie in der richtigen Reihenfolge reinstecken. Und die richtige Reihenfolge verrät uns dann dieses Gedicht. Social Punishment also. Alle meine sozialen Medien werden gelöscht. Und dadurch werde ich für alle Menschen außerhalb der sozialen Medien plötzlich geblurrt. Sie erkennen mein Gesicht nicht mehr. There is a digit. Zero written on the wall. Okay. Es klingt ja schon alles so ein bisschen, äh, oh, da hinten ist ein 6. Klingt schon so ein bisschen wie, als würde das eher in der, in der Zukunft spielen, oder? Wo ein Batsch, da ist wohl eine Tür. Okay. Da sieht schon sick aus. Das klingt schon sick. Sie sieht ja vielleicht diese Dark Energy, ähm, nimmt ihr diese wahre Sicht, dass die Menschen gar nicht richtig mehr erkennen kann. Und das sind eigentlich alles Leichen. New City, New Citizen. There is another digit. Six written. I hope not in blood. Blood. Ja, ihre Laufanimation ist ein bisschen weird. Vielleicht wird der Mann nicht so komisch laufen, aber jetzt sind wir schon mit der Frau drin. Und diese Augen symbolisieren überall den Überwachungsstaat, Leute. Ja, ich hab das Spiel gelesen, so. Bad with Nades. Uh, wir haben gleich Gameplay. He used to be a baseball player until the ball hits his knee. Some guy that was standing behind me made a bed here for the sake of fun, to frighten Soldiers of Sovereign. According to the rules, this is not a melee weapon, but if someone finds it, feel free to use it. He said to remember a simple rule. Prepare a weapon and aim at the target. Then hit with a blow. You can also choose the position where to hit. Most importantly, do not forget to hold the bed right. You can hit from up or down. Okay. He doesn't know what awaits him here, but it's unlikely that his baseball career will suit the Sovereign for passing the energy screening process. Okay. Wie viele andere Spiele sind heute geplant? Erstmal nur das hier. Okay. Wo ist meine Menü? Taschenlampe, by the way. Wo ist mein Menü? Da ist mein Menü. Was ist das hier? It's a Relink-Tablet. It's broken, though. Relink. Those digits, could they represent a part of a code? There are also some markings on the back. Hello? Ach, here. 5-1. Ich kann es nicht nochmal lesen. Das war zu schnell. So, jetzt habe ich nur einen Baseballschläger. Jetzt kann ich hämmern. L2 halten und dann R2 drücken. L2 halten und dann R2 drücken. Wieso habe ich auf einmal Tank-Steuerung? Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg. Irgendwas ist hier backt. Okay, was fange ich jetzt mit dem Schläger an? Wie ging die Karte jetzt hier? Ach, da steckt irgendwas durch. Oh, das ist mein erster Plug. Strange Power Plug. Ja, okay. Wir haben hier einen Plug mit dem Symbol. Okay, irgendein Alien-Symbol. Davon brauchen wir irgendwie 4-5 Stück, ne? Da lag noch was. Schweinsnase. Hier lag noch was. Oh mein Gott, die Steuerung ist irgendwie kaputt. Holy shit. Ja, laufen wir mal zurück. Jetzt tauchen bestimmt Gegner auf. Beim Zurücklaufen. Moment, mit dem Automaten kann ich nicht interagieren, ne? Ne, okay. Lass mich raten, wir müssen gegen Mannequins kämpfen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht kämpfen. Äh, das Wasser. Was steht da eigentlich, wenn ich das examine? Wasser ist live. Es wird etwas zu erhöhen und erhöhen die Bewegungsfähigkeit für eine sehr kurze Zeit lang. Es ist wirklich eine Heilung. Obwohl es hieß, trinkt nicht das Wasser. Das Wasser vergiftet mich mehr und mehr. Aber ich hab doch jetzt nichts Neues. Außer eine Schweinsnase. Aber hier brauch ich doch mehrere Schweinsnasen. Oder? Ja, ich hab nicht genug. Fucking Schweinsnase. Eine 5 und eine 1. Oh, Moment. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Baseballschläger das Glas einschlagen bei dem Code. Bei dem, bei der Code-Tafel. Und dann können wir den Code eingeben. Weil wir haben theoretisch jetzt 4 Zahlen. 0, 6, äh, 5 und 1. Hey, Peppy, äh, Peppy einfach. Hey, Peppy, was geht ab? Okay, das ist dasselbe Gebiet. Hallo? So, wo war das Gerät? Fucking Peppy. Hier war's, ne? Ja, ich bin einfach, bin einfach Gamer. Das ist ein Keypad. Try to enter your code. Okay, wir probieren's mal mit 0, 5, 1, 6. In case of emergency, break the code. Wir gehen sogar tiefer, eigentlich wollte ich ja nach oben raus. Wieso läuft die so scheiße? The door is closed. The lock on the door, äh, of the door looks rusty and is rather small. Ist ein Gegner? I see a metal key lying on the floor, but I can't reach it. If only I had something that could pull the key closer to me. Ja, Baseballschläger. Boots. Missing Helena. Kann ich nicht einfach auf der anderen Seite laufen? Ja, kann ich doch auch, ne? Das kommt durch das komische Wasser, deshalb läuft sie so. Ah. Ach so, der Schlüssel ist hier drin. Okay, jetzt dreht die Kamera, jetzt dreht die Steuerung wieder durch. Also manchmal funktioniert die Steuerung nicht wirklich. Bei manchen Kameraperspektiven. Habe ich so das Gefühl. Uh, da haben wir das andere Magnetstück. Okay. Dann können wir das wahrscheinlich jetzt mit dem Magnet ranziehen, ne? Ich kombiniere jetzt die zwei Magnetteile. Kombinieren. Boom, wir haben den ganzen Magnet. Und jetzt können wir den Schlüssel wahrscheinlich rausholen. Ich glaube, das Problem ist die Top-Down an sich. Zum Beispiel jetzt hier. Äh, ich drücke jetzt nach unten. Das nach unten. Jetzt drücke ich nach oben. Das nach oben. Links. Rechts. So komplett irgendwie durcheinander alles. Es ergibt weder Sinn, was Tank-Steuerung angeht, noch die moderne Steuerung. Es ergibt einfach auf beiden Seiten gar keinen Sinn irgendwie. Okay, ich muss das von der anderen Seite holen. Geht von hier nicht. Oh mein Gott. Ich komme nicht aus dem Screen raus. Gleich kommt das Kind und tritt den Schlüssel weg. Ne, da kann man nichts wegtreten. Der Schlüssel gehört mir, okay? Stile, das soll schwer für dich sein. Ah, das soll die Panik in ihr darstellen, ne? Dass sie auch nicht ganz so hundertprozentig bei der Sache ist, ne? Okay, kann ich hier benutzen? Small Metal Key. Wofür ist der Schlüssel? The tag on the key says that it opens the Back-Utility-Room. Was ist Back-Utility? Ist das Back-Utility? Ja. SP ist schon sehr rot, ne? Ist schon wirklich wie Signalis. Signalis war auch sehr rot. Aber nicht ganz so rot. Das ist noch mehr rot. Junge, diese Laufanimation triggert mich so hart, ne? Ich kann sie nicht einfach ignorieren, ne? Das ist fortgeschrittenes Rot. Guck mal, das ist jetzt aber ein richtiger Kadaver. Das ist keine Puppe. Okay, meine Theorie mit von wegen, ähm, sie sieht tote Menschen als Puppen, weil sie jetzt auch irgendwie diese Krankheit hat. Oder vielleicht ist das ihr Coping-Mechanismus. Aber hier ist jetzt eine richtige Leiche. Und nicht nur einfach eine Leiche, sondern schon eine richtig ekelhafte Leiche. Ich kann es nicht anschauen, ne? Ich kann es nicht anschauen. Ein Körpers, das war roten, wie Jahre alt war. Wie war das A? Der K. war noch da. King DDD steht da. Dresden? Schuhe, ich glaube, da steht Dresden. Wir sind in fucking Dresden. Sie wollen die D, okay? Graues, mies, horny. Wie das Spiel aber auch einen baitet, ne? Du, wenn man ja mehrere Silent Hill-Teile gespielt hat, da weiß man ja, ab dem Punkt, wo man eine Waffe bekommt, kommt ein Gegner. Und dann kommt der Gegner, aber er greift dich nicht an, sondern rennt vor dir weg. Und schon wieder. Vielleicht ist das ja gar kein Gegner. Vielleicht kommen noch später richtige Gegner. Laufstil der Gegner ist wunderschön. Die sind ja Puppen, ne? Die können eigentlich gar nicht richtig laufen. Die slide über dem Boden. Äh, aber was mache ich jetzt mit dem Auge? Das bloody swollen Eye belongs to someone who probably worked here. It might possibly... Wo hatten wir die Tür gehabt mit dem Inlet? Hier, ne? War das das hier? Ne, das ist es nicht. Hey, Escape, was geht ab? Äh, wo war das nochmal? Vielleicht sind das alles Zivilisten in der echten Welt und laufen vor dir weg, weil du sie sonst killst. Ja, aber guck mal, die stehen hier auch hier so versteinert und greifen so schnell mich nicht an. Sondern haben immer alle irgendwie aufgeschlitzte Köpfe oder getrennte Köpfe. Wo waren die Tür nochmal? Wo waren die Tür nochmal? Deshalb, wir wissen halt noch nicht, ob dieser Virus, der hier in dieser Welt ist, ob der, ähm... Das alles hier so aussieht, wie es aussieht, weil der Virus schuld ist. Oder ob das hier alles so aussieht, wie es aussieht, weil sie den Virus hat. Und das sind alles weibliche Puppen. Das stimmt, das stimmt, ja. Das sind alles weibliche Puppen. Hey, wo war das nochmal? Ich geh auf jeden Fall kurz speichern, wenn ich schon mal hier wieder bin, ne? Ich dachte, Ledger, du droppst. Vielleicht ist das gar kein Gegner, sondern Manuel. Nein. Was, ob ich sowas sagen würde? Du kennst mich doch. Würdest... Nein, würde ich nicht sagen. Ich hab mich schon immer eher darüber lustig gemacht, wenn Leute den Joke benutzt haben. Genau wie den Whiz-Joke oder so. Ich hab ihn selbst nie benutzt. Ein bisschen Humor hab ich, okay? Ein bisschen. Hier war das. Okay. Auge steckt drin. Hel... 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 Vor allem die Puppen bluten ja auch, ne? The gate is locked from the other side. Ein ironischer Manuel-Neuer-Joke ist immer noch ein Manuel-Neuer-Joke. Genau. Und deshalb bring ich den auch nicht, okay? Vielleicht wärst du dann wenigstens etwas lustiger auf gar keinen Fall. Ich bezweifle, dass Manuel-Neuer-Jokes irgendetwas, irgendwie im Leben lustiger machen können. Ich bin eher der Typ, der über Fürze lacht, nicht über Manuel-Neuer-Joke. Rusty key. Why? Fragezeichen. It's rusty. It can open some squeaky gate door or something else. Was ist denn eine squeaky door? Und jetzt pass auf, Chat. In dem ganzen Game gibt es gar einen einzigen Gegner, den man bekämpfen muss. Aber das Spiel gibt dir am Anfang Munition. Das Spiel gibt dir am Anfang einen Schläger. Und du sollst die ganze Zeit denken, dass gleich irgendwas kommt, gegen das du kämpfen musst. Aber du musst nie in einem Spiel kämpfen. Es soll nur die Angst machen, dass theoretisch könnte jetzt etwas kommen. Ich kann da nicht dahin laufen. So, hier ist definitiv nichts mehr. Hier komme ich her, oder? Nee. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin nicht auf der anderen Seite. Das Gate ist locked. Okay. Dann kommen wir hier durch. Which way? Bevor wir da durchgehen, schaue ich mir nochmal kurz hier um. Frag mich, ob die Pumpen männlich werden, wenn der Player-Charakter auch männlich ist. Ja, das stimmt. Das wäre interessant. Okay, Storage-Room. Ich bin mir sicher, dass wir schon mal genau darüber an einem Freitag geredet haben. Was über Manuel Neuer-Jokes. Ich schreie da einen 9mm-Clip. Ich schreie da einen 9mm-Clip. Ich habe nicht mal eine Waffe. Und ich habe definitiv nichts übersehen. Da ist die Pistole. Peace was never an option. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber dieser Mann ist schwer. Was könnte ihn töten? Okay, ein Gegner kommt vielleicht doch. Darüber, dass das Spiel dir Waffen gibt, aber vielleicht gar keine Gegner kommen. Ah, okay. Das kann sein, ja. Ja, dann equippe ich mal die Pistole. Das Pistole emerges as a fragile lifeline. Its chilling presence offering a glimmer of hope while reminding that survival... Was ist denn teeters on the trembling pull of its trigger? Was ist denn teeters? Tetas? Das ist eine poetische Weise, eine Pistole zu beschreiben, ja. Ich habe Angst, dass ich die Pistole nicht benutzen darf. Dann kriegen wir ein Bad Ending. Vielleicht sind das wirklich alles Menschen. Und ich knüppel hier... Ich schieße gleich einen Menschen tot oder so. Und dann kommt es am Ende raus, hey, du hast Menschen umgebracht. Du kommst in den Knast, Bad Ending. Aber wenn ich sie nur niederknüpple... Okay, gut, der Knüppel hat fucking Nägel vorne dran. Wenn ich damit jemanden auf die Birne drauf haue, So was wie Taumeln heißt, teeter. Okay, teeter. Ist das eine Karte? Map, die Karte? Ne. Da ist jemand. What the hell? Ist dieses Mannequin... Ist dieses Mannequin can move? Like some sort of Fem-Bot? Da kommt noch einer. Oh, ich helst noch mal. Oh, ich schicke mich. Oh, ich helfe mich. Oh, ich schicke mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Erstmal einen Pillen fressen Okay, ich bin konfust Wieso haben die so komische Arcade-Sounds gemacht, wenn man die angegriffen hat? Und ich habe nichts Neues gefunden, oder? Ich habe ja eigentlich nichts Neues gefunden Und ich muss da irgendwie ein Item finden, damit ich weiterkomme Ich habe irgendwas darüber übersehen Ja, das Blut aus dem Puppen kommt, das haben wir schon überall vorher gesehen Indem überall hier Leichen rumliegen Puppen Leichen liegen Aber wieso machen die so komische Arcade-Sounds? Ich frage mich, ob das nur ein Stilmittel ist, oder ob das auch schon ein Hint ist Auf die Story Und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel Munition verschwendet habe The fast flowing water has created a jet-like barrier Forming an impassable wall I cannot proceed through this area Sie ist im Arcade eingeschlafen Hat jetzt einen Albtraum Aber sie hat auch die Fembots genannt Das heißt, wir sind wirklich irgendwo in der Zukunft Vielleicht sind wir selber im Fembot Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Munition verschwendet Durch diese Aktion Gleich kommt Bosskampf Ich habe keine Munition und muss den im Nahkampf machen Da ist die andere Seite, ne? Ne? Als ich das letzte Mal nachgeschobbt habe, war ich kein Fembot Ja, das ist ja schon mal sehr, sehr schön zu hören Ich hoffe, unser Charakter ist auch kein Fembot Hier war ich ja schon überall Oh, Batsch Hier lag ja ein Schlüssel Oder kann ich theoretisch jetzt mit der Pistole irgendwas anstellen Was ich vorher nicht anstellen konnte Ja, die live die ganze Zeit schon so Das fuckt mich ab Oder habe ich da in dem Security Room irgendwas übersehen? No map was found available for this community block Please update your Relink-Software At the nearest CDB-Checkpoint Okay Ich speichere mal Ich weiß nicht, wie das Spiel hier gestrickt ist mit den Munitionen Vielleicht müssen wir den Part gleich nochmal neu machen Oder so Und durchlaufen ohne Damage zu bekommen Oh, was ist Damage zu bekommen? Aber weniger Damage bekommen Weniger zu schießen Ein bisschen durch Durchtricksen Okay, damit kann ich auch nicht interagieren Hey Keks, was geht ab? Hast du schon einen Story-Mode durchgespielt von Tekken 8? Ist das sowas wie Atomic Hearts, nur nicht in der Sowjetunion? Ich habe keine Ahnung von der Story von Atomic Heart Ich weiß nur, dass es da zwei sexy Roboter gibt Und einen notgeilen Kühlschrank Okay, wenn die angreifen, dann machen die diesen komischen Arcade-Sound Sind das so Roboterpuppen, die einen angreifen? Ne, Atomic Heart sind das doch so Androids, oder nicht? Weil das sind ja irgendwie einfach Mannequins Bei Atomic Heart sehen ja nicht alle aus wie Mannequins, oder? Sondern wie Menschen, oder? Das sind ja so Schaufensterpuppen hier Ohne Gesichter Aber sie haben Brüste, nicht wahr? Ja, alle Puppen hier sind weibliche Puppen Kann sein, dass das halt so ist, weil wir selber eine Frau spielen Und hätte ich einen Boy gespielt, dann wären das alles männliche Puppen I don't know Ach du Scheiße Was hatte ich denn jetzt Also irgendwas muss ich ja mit der Pistole jetzt machen können Was ich vorher hätte nicht machen können Weil das Einzige, was ich jetzt dort unten mitgenommen habe War ja Ne Pistole Ach du Scheiße Ne, hier ging's nicht weiter, ne? Du findest, die Angriffe klingen wie Festnetztelefon Nicht wie so Arcade-Maschinen Ich hab keine Heilung mehr Ich glaub ich hab noch Medikit Einfach wieder in den Zug steigen Da war ne Wand Hat die da ein neues Item in der Hand? Die hat da ein neues Item in der Hand Oder hab ich sie mal übersehen? Scheiße Wie soll ich da hin? Ich werd doch sterben Wie soll ich da hin? Also mit ein bisschen Skill kann man das hinkriegen ohne Damage zu bekommen. Und dann sterbe ich! Okay, dann renne ich jetzt direkt zu dem Item durch. Ja, das Wasser heilt voll wenig. Das ist doch neu, oder? Das ist Munition, das ist neu. Hier komme ich ja nicht durch, ich brauche mir einen Schlüssel mit einem Herzsymbol. Hier war nichts. Ja, wir müssen irgendwie oben lang. Hier ist die Puppe größer als die anderen. Schnelles Telefon, was mein Dad in seinem Büro hat. Moment, ich konnte in diese Richtung laufen. Leute, das habe ich gar nicht gecheckt. Ich kann in die Richtung hier laufen. Steht da was geschrieben? Nee, ne? Also die Leuchtstäbe. Ich dachte kurz, man kann da was rauslesen. Da steht Wallack. Das habe ich letztens bei TikTok gesehen. Kennt ihr die Conjuring-Filme, die Horrorfilme? Und ich habe letztens herausgesehen bei einem TikTok, dass in dem ganzen Film von Anfang bis Ende ständig immer irgendwo im Hintergrund den Namen des Dämonen versteckt ist. The Terminal is disabled. Probably no power. Weil da geht es ja um so einen, also im zweiten Teil geht es um einen Dämon, den man nur besiegen kann, wenn man halt seinen Namen kennt. I need power. Disturbator fuse key to activate the sea. Okay. Und der heißt halt Wallack und die finden dann halt am Ende den Namen heraus und besiegen den. Und im ganzen Film überverteilt sind im Hintergrund immer irgendwo Hinweise darauf. Oder was heißt Hinweise? Aber es steht überall sein Name überall im Hintergrund versteckt. Ein cooles Easter Egg. Okay, hier ist gar nichts. Okay. Also hier habe ich eine Heilung bekommen, aber ja. Ah, hier ist noch ein Code. I'm standing in line for screening. A lot of people are taken away and brought to the lower floor. Few go further and not many are let out. Soldiers of Severance say that this is for our safety. The whole thing is weird. I don't know how to break free. Okay. Okay, ich denke mal dann die Eva, von der wir das Handy haben, wurde wahrscheinlich dann auch abgeholt. Und weggebracht. Weil sie wahrscheinlich auch diese Dark Energy in sich hat oder so. Hatte den Film letztens gesehen. Das sind echt coole Easter Eggs. Ich müsste mal irgendwann rewatchen. Da kommt auch dieses Jahr neue Teile auch. Hab ich Bock drauf. Ich habe irgendein Conjuring mal geguckt, aber nicht ganz so drauf geachtet. Ja, das merkst du auch nicht, wenn du es nicht kennst. Das ist halt so richtig minimalistisch versteckt oder so. Das merkst du gar nicht hier. Ähm. Hier das merkst du gar nicht. Das ist hier irgendwie zum Beispiel da im Hintergrund. Da steht zum Beispiel nur Alak. Aber du musst es dann kombinieren mit dem V. Dann steht Walak. Oder so. Hier warte. Ähm. Und es ist halt überall so klein versteckt da hinten auch. Walak. Da im Bücherregal. Also warte mal ne Cam. Im Bücherregal. Die kleinen Figürchen. Ihr geben auch Walak. Hier die Spiegelung. Wenn du da, wenn du die, 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 die Ketten, die sie da hat. Wenn du das spiegelst. Dann siehst du Walak. Sowas halt. Also ja. Und das ist dann irgendwie im ganzen Film versteckt. Auch teilweise irgendwie so von Autos. Die Nummernzeichen oder so. Walak war hier. Nie gemerkt. Ja ich hab's auch. Ich hab den Film irgendwie drei, vier Mal gesehen. Und er ist jetzt vor ein paar Tagen herausgefunden. Durch nen TikTok. Das heißt müsste man so beim, beim, jetzt wo man es weiß. Beim rewatchen so ne Schnitzeljagd machen. Ja war ein guter Tag. Ja ähm. Hier war ich ja schon mal. Moment. Stand die Puppe vorher schon hier? Die stand doch vorher nicht da oder? Ähm. Hier war ich ja schon mal. Und hier kam ich dann nicht mehr weiter. Ich weiß aber nicht wieso ich nicht weiter kam. Aber wahrscheinlich müsste ich jetzt hier weiter kommen können. Weil ich eine Pistole habe. Die Pistole bringt mir jetzt irgendwie irgendetwas. Vielleicht kann ich irgendwas aufschießen. Auf gegen die Stirn steht Walak. Oh bitte nicht. Ich hab Angst vor Walak. Walak war voll gruselig. Walak war voll gruselig. Bei einem war das Wort Love und die haben das WV groß geschrieben. Was vorhin ist dann cool. Ja gerade habe ich hier gezeigt. Ja. 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 Ja die Zahlen sind egal. Die habe ich schon verwendet. Die 6 ist egal. Die brauchte man für ein anderes Rätsel. So und hier kam ich doch nicht mehr weiter oder? Genau. Ich komme hier immer noch nicht weiter. Hier habe ich einen Plug bekommen. Bewegt sich die Puppe da hinten? Ne ne. Ne ne. Ganz hinten links. Mochtest du die Conjuring Filme? Äh wenn ja auch. Ne. De Nun war scheiße. Also ich habe die alle gesehen. Die Conjuring Filme. Den. Die Vorgeschichte da. Den Nun habe ich gesehen. Ähm. Nur den ersten Annabelle Film. Den zweiten Annabelle Film habe ich nicht geschaut. Es gab ja mittlerweile noch einen zweiten Film in der Vergangenheit. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Also mir fehlen theoretisch dieser eine Vergangenheitsfilm. Der irgendwie kam vor nicht so langer Zeit. Der zweite Annabelle Film. Und dann kommt dieses Jahr halt der neue Conjuring. Also ja. Ich mochte die Filme. Die waren halt jetzt nicht. Die waren halt. Oh. Die waren jetzt nicht irgendwie super smarte Horrorfilme oder so. Das war so Horror Fast Food. Aber guter Horror Fast Food. Der Spaß gemacht hatte. Mit coolen Jumpscares. Die alle predictable waren. Aber die waren cool. Und die Musik ist halt super cool. In Conjuring Filmen. Ich bin so verwirrt, wo ich jetzt hin soll, ne? Was mache ich jetzt mit der Knarre, die ich gefunden habe? Vielleicht droppen die Gegner was. Und ich hätte sie alle töten müssen. Nee, ich habe den FNAF Film nicht geschaut. Ey, Annabelle habe ich keine Ahnung, ob der gut war. Ich kann, das ist schon irgendwie nichts hängen geblieben von Annabelle. Habe ich auch nur geguckt, weil ich wusste, das ist halt dieselbe Welt. Das ist halt connected. Oh nein, Toastbeer. Oh nein, Toastbeer. Oh nein, Toastbeer. Oh nein, Toastbeer. Der spricht nicht für den Film. Nee. Nicht wirklich. Aber du fragst auch den Falschen. Mein Gehirn merkt sich sowieso nicht Dinge. Mein Gehirn ist nicht zum Speichern gedacht. Mein Gehirn ist nur dafür gedacht, um tägliche Dinge zu absolvieren. Und das war's. Was steht da geschrieben? Auf dem Boden? Gedreht irgendwie vielleicht YOT. YouTube. Da stecken wir das hier rein. Nein. Ja, irgendwo habe ich was übersehen. Vielleicht, ähm, da wo die ganzen Puppen noch unterwegs waren. Äh, Hereditary war cool, ja. Ja. Ist ein geiler Horrorfilm gewesen. Da habe ich mir mal ein paar Sachen gemerkt. Da habe ich mir mal ein paar Sachen gemerkt. Oh nein. 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 Okay, ich lebe. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mein Medi-Kit verschwenden will. Weil ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, was ich hier gemacht habe. Hey Silvina, was geht ab? Ah, jetzt muss ich mich heilen. Wo habe ich denn was übersehen? Irgendwo habe ich was vergessen, ne? Du findest das Klingeln angenehm? Okay, nochmal kurz schauen. Ey, wir wissen noch nicht so viel, was hier abgeht. Wir sind auf jeden Fall in irgendeiner Welt, wo es irgendeinen Virus gibt. Dark Energy. Und die Regierung bringt wohl alle Menschen um, die damit verseucht sind. Oh, vielleicht muss ich auf die Fässer hier schießen, Leute, mit der Pistole. Uh, das sind rote Fässer. Rot macht bumm, ne? Okay. Okay. Ach, unangenehm. Oh, ich habe angenehm geklingelt. Ja, weil du vorhin erzählt hattest, dass das Klingeln irgendwie von deinem Dad oder so in seinem Büro ist und so. Ich dachte mir, das hat für dich irgendwie so einen nostalgischen Effekt. Oh, zweites Power Plug. Irgendwo ist hier eine Puppe. Warum frage ich überhaupt? Hä, wieso? Das war die Antwort zu dem Spiel. Ich habe nicht gelogen oder so. Der Puppen-Virus, ja, das ist ja immer noch nicht so geklärt, ob das wirklich... Weil sie war ja auch verwirrt, wieso überhaupt ich hier Mannequins stehe. Also es ist so, dass in dieser Welt für sie Mannequins kein... Also wir sind ja irgendwie in einer Zukunftswelt, weil sie redet, es gibt irgendwie so Fembots oder sowas, ne? Und es klingt alles so wie so ein Überwachungsstaat aus der Zukunft, so typische dystopische Settings und so. Aber sie fand es selbst auch sehr seltsam, wieso hier überall Mannequins stehen. Also es sind nicht irgendwie Service-Roboter, die man von überall kennt. Und die haben plötzlich irgendwie den Verstand verloren. Verstand, lol. Dass ihre Festplatte jetzt irgendwie am brutzeln ist und die drehen durch oder so. Sondern für sie sind die Puppen auch hier komisch. Was? 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 Seit wann greifen denn jetzt eigentlich die Puppen an? Habt ihr die letzten 20 Minuten verpasst? Seitdem ich die Pistole habe, greifen die an. Aber nicht alle, manche stehen auch immer noch und machen nichts. Ich sehe, da ist ein Fuss, der alles hier bequert. Ich sollte versuchen, die Fuss-Equipment zu bequeren. Vielleicht wird es den Fuss-Equipment zu bequeren. Da ist ein Kepad, hinter dem Protektiv-Glass. Ich kann es nicht mit meinen Händen verbrechen. Waiting für die Prozesse von Spend Biometrel. Statues, Preparation für Disposal. Launch. Das war ein Mensch. Das war keine Puppe, das war ein Mensch. Der wurde einfach... Einfach dematerialisiert, Digga. Ich hab ihn einfach wirklich, ich hab ihn wirklich, wirklich wortwörtlich gelöscht. Instructions für Personal und Soldiers of Sovereign auf die Transformation des screened, evacuated, humanen Individuels. Okay. Any dark evacuele, who has received a massive dose of, was auch immer, resources, dark energy must undergo a transformation procedure for their own good. The transformation procedure is called Plastomorphosis. TITLE DROP! TITLE DROP! WARNING! ALL PERSONAL MUST BE EQUIPPED WITH PROTECTIVE SUITS, SO AS NOT TO GET AN EXCESSIVE DOSE OF DARK ENERGY, SINCE THE TRANSFORMATION involves a large release of ressources, can cause serious damage to the body, both physical and mentally. Okay, Moment, warte kurz, noch mal zurück. Eine, warte hier. Warte hier. Warte, wo der Ressasa? Achso. Woman undergo the procedure of transformation into a Plastomorph-Mannekin-type. Oh. This type of Plastomorph is ideal for old maintenance and basic physical. Oh. Oh. Die Regierung verwandelt die in Puppen. Frauen werden in Puppen verwandelt. Der Plastomorph-Type-Mannequin ist mit 1. Level-Protektiven-Featuren, um die Dämmung zu verhindern, während gefährlichen Arbeit zu verhindern. Sie können auch die Soldaten von Severin in der Suppression in dem Event der Kommotion in der modernen Stadt unterstützen. Fing. Warning. This procedure is still not automated for a stable result. Malfunctions are possible and all spent materials must be disposed of as well as possible unsuccessfully plasmorph. Non-compliance to this instruction will result in the deprivation of nutritional and stimulational rewards. Warum nur Frauen? Ja, ich denke mal, in dem Beitrag geht es gerade nur um Frauen. Weil wir gerade auch nur gegen Frauen kämpfen. Wahrscheinlich werden wir noch im Laufe des Spiels auch die Männer sehen. Was das Männern passiert. Aber, was ich mir frage ist, Diese, 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 diese Energie, diese Dark Energy, Kommt die quasi von der Regierung und die Regierung hat das quasi selbst rausgeballert, damit sie Menschen dann so in Sklaven verwandeln kann? Oder besser, nee, warte, andersrum. Die Einrichtung, sagen wir so nicht, sagen wir die Einrichtung, die dafür zuständig ist, die Menschen in diese Puppen zu verwandeln, sind sie auch zuständig dafür, dass die Menschheit unter Dark Energy leidet? Oder ist Dark Energy etwas komplett anderes, was die Menschen sich nicht erklären können, was das ist? Und irgendeine Regierung, irgendeine Institution hat sich das zum Vorteil genommen und nutzt das aus. Die Menschen, die halt darunter leiden, werden halt verwandelt. Aber wie es aussieht, dieser Verwandlung kann wohl auch schief gehen. Und was auch immer hier passiert ist, es scheint wohl ziemlich schief gegangen zu sein. Ich würde mir gerne das da genau anschauen, aber das sind irgendwelche Scans von Gehirnen oder so, ne? Es ist wohl ziemlich schief gegangen, sodass hier alle ein bisschen durchgedreht sind. Wahrscheinlich haben dann diese, diese, vielleicht diese Puppen, die nicht richtig plastomorphed sind, sind ein bisschen Riot gegangen. Oder genau andersrum. Die, die plastomorphed sind, sind dann irgendwann Riot gegangen. Okay, Part 2. Instructions for personal and... Okay, das ist jetzt... Okay. Jetzt vielleicht Männer. Any evacueher has received a massive dose of... Blablabla, das ist das gleiche. Transformation, blablabla. Warning all personnel must be equipped with protection. Okay, das ist das gleiche. Hier. Man! Undergold, the procedure of transformation into plastomorph-type stalker. This type of plastomorph is stronger and tougher than plastomorph-type mannikin, but ineffective without armored equipment. All plastomorphs of this type must be redirected to the nexus tower of the citizens' defense bureau after finishing their transformation. It is recommended to transform in anebosis as most plastomorph-type stalker are very aggressive and can attack personnel after the transformation. These plastomorphs turn out to be excellent soldiers of the sovereign which are suitable for most combat tasks. The body shell can be reused to transform into a new plastomorph after it loses his combat ability. Okay. This procedure is still not automated for a stable result. Okay, das ist das gleiche. Okay, also die Frauen werden zu Arbeitskräften und die Männer zu Kampfeinheiten. Waiting for extraction Okay, das ist das gleiche. Ich glaube, das ist ein Typ. Ich glaube, das ist ein Typ. Ich glaube, das ist ein Typ. Ich treffe nicht! Ich treffe nicht! Okay, kann man den überhaupt töten? Ist der vielleicht zu krass? Muss ich vielleicht weglaufen? Ist der vielleicht zu krass? Ich weiß ja auf jeden Fall, wie ich ihn jetzt triggere. Muss ich gleich auf jeden Fall aufpassen. Jetzt frage ich mich aber, warum Frauen zu Mannequins werden und nicht zu solchen Monstern. Wenn sie doch arbeiten sollen. Vielleicht können die das ja gar nicht kontrollieren. Sie haben diese Ressource-Scheiße da, den sie injizieren, den Infizierten. Okay. Und die verwandeln sich halt dann. Und wieso sie sich in die verwandeln, haben die halt keine Kontrolle drüber. Sondern das ist wahrscheinlich dann diese Dark Energy, die bestimmt hat, dass Frauen zu Mannequins werden. Und Männer zu... Und Männer zu Stalkern werden. Oder... Es ist gewollt. Oder es ist gewollt. Oder es ist gewollt und die wissen, dass man vielleicht aus Frauen nicht so starke Wesen rausbekommt, wie aus Männern. Und machen deshalb aus Männern dann halt diese Soldaten. Und aus Frauen halt eher Arbeitskräfte. Weil sie es probiert haben. Es hat nicht geklappt. Ja. Hat die nicht gesagt, dass sie verwandelt werden müssen, weil sie diese Ressource abbekommen haben? Ja, diese komische Dark Energy Scheiße halt, ne? Ja. Und die Frauen haben alle aus Versehen ein altes Haustelefon verschluckt. Ja, die tragen ja auch alle so ein Dingens. So eine Krawatte. Vielleicht soll das einfach nur zu dem Bild passen. Krawatten sind halt so Arbeiter. Arbeiter benutzen viel Telefon, weil sie im Büro arbeiten. Vielleicht soll das nur nochmal verbildlichen, dass das Arbeitskräfte sind. Krawattenträger telefonieren, genau. Ja, ich rede über den Sound auch. Hier ist gar nichts. Wahrscheinlich ist sogar keiner, was hier abgeht. Du wolltest nur einen dummen Joke machen. Aber ja, ich bin zu ernst wohl auf deine Frage eingegangen. Oder auf deine Nachricht eingegangen. So, wir nehmen die wieder mit. So, bevor ich den jetzt wieder raushole, checke ich mal kurz die Tür hier ab. Ich war jetzt der Arbeitskraft so froh, wenn mich niemand angerufen hat. Das ist ein Safe- Ja, okay, das ist ein Safe-Room. I already have this weapon. Maybe I can extract some ammo out of it. Okay. Spätestens hier, wenn er mir dann die Pistole bekommen, hätte ich sie übersehen gehabt. Mein zweites Mal. Du hast dem Typen deinen Stalker verwandelt. Hab mich schon gefragt, wo der jetzt zufällig hingekommen. Nach dem... Achso, du meinst, ich hab ihn quasi von dir... Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es bei dem einen nicht funktioniert hat und bei dem anderen schon. Aber du meinst, ich hab ihn quasi von der einen... Von dem einen Ding zu dem anderen rüber geschickt. Kein... Kein Akimbo-Stil. So, ähm... Ja, die Sache ist die, es hieß ja, ähm, dass ich diese Fuse da nur rausholen kann, äh, wenn die... Wenn die Geräte hier alle aus sind und die nicht mehr so overcharged ist. Das heißt, wahrscheinlich, sobald ich ihn befreit habe, kann ich dieses Gerät hier rausholen und dann renne ich. I guess. Extraction of Bioplastic Material Ready to execute instructions Start the process of extrication Aber ja, es sieht so aus, als würde ich jetzt die Materialien, die ich da rausgenommen habe, vier verwenden. Kann ich trotzdem nicht rausnehmen. Ich bin die Tue, die Spohlen. Ich bin die Tue, die Spohlen. sie dreht sich halt so langsam sie lädt nach wie dumm sie ist drei schüsse noch drin zwei schüsse noch drin jetzt dadurch manuell nach aber schlag nicht doch nein ich bin eingeblieben Halt! Halt! Alert! The transformation process has not been properly completed. All personnel must immediately dispose of spent material. Wo? Wo? Ach so, hier ist es. Power Distributor Fuse Key. Okay. Und da oben ist irgendwas drin, oder? Ne. Okay, wir haben ihn. Ich bin kurz vorm Sterben und hab keine Heilung. Ich bin meinem nächsten Schlag tot. War wohl sowas wie ein kleiner Bosskampf hier quasi, ne? Ich speichere mal woanders. So, vielleicht müssen wir den Kampf nochmal machen. Damit ich mit genug Leben weiterkomme. So, wir haben jetzt einen Key. Die Leiche ist weg, ach du Scheiße. Power Distributor sind meistens, äh, die Flüge der Kraft zu den brauchten Equipment. Der Fuse Key sollte aktivieren, die Equipment auf dem zweiten Platz. Okay. Jetzt kommen überall Stalker raus. Jetzt kommen überall Stalker raus! Der ist kein Stalker. Das ist ne Mannekin im Kleid. okay. Das ist die, die besondere Mannekin, die wir jetzt öfters gesehen hatten. die aber immer weggelaufen ist vor mir das ist das erste Mal dass sie mich angreift sonst rennt die immer weg ich meine vielleicht ist das ja Eva wir haben ja von einer Frau das Handy gefunden die uns so ein bisschen hier durchleitet mit ihren Nachrichten die sie überall hier verteilt hat und das klang ja so als wäre die auch abgeholt worden von den Sovereign Leuten und vielleicht ist sie ja das das Blut ist auf der Kamera weil ich am sterben bin das ist quasi Damage Anzeige das ist der Red Screen hier dieser Death Screen den man aus anderen Spielen kennt ich werde mich das ganze Spiel nicht mehr an die Laufanimationen gewöhnen ich glaube ich will mich auch gar nicht daran gewöhnen ja was soll ich jetzt machen man ich muss jetzt ich muss jetzt irgendwie überall dodgen ich bin sowas von tot und jetzt kommen hier super viele Gegner die ich nicht getötet habe ne guck mal die versperren ja sogar den Weg hab ich gerade ein bisschen Leben bekommen ne so bin durch Rückweg wird geil schön auf dem Rückweg wenn da alle vier in diesem engen Gang stehen wird geil aber zurück komme ich wahrscheinlich mit einer RPG und dann bombe ich die alle weg wer läuft so aktiviert resource wave fusion device terminal yes Das war's. Ja, ich kontrolliere die rote Linie, muss die irgendwie wahrscheinlich der grünen anpassen oder so. Aber wenn ich die rote da in der Mitte habe, dann verändert sich doch die grüne auf, oder? Oh! Das sieht doch gut aus! Zählt das? Oh, ich hab hier ein Wasser. Trinken. Hier ist nichts aufgegangen. Ah, das kennen wir schon. Ich muss sie noch einmal nach oben machen. Dann passt's. Okay, die Tür ist offen. Ja, dann speichere ich jetzt hier. Ich hab ne kleine Heilung bekommen, okay? Ne kleine. Wasser trinken im Game? Wasser trinken im Real Life. Das ist Immersion, Digga. Was steht da jetzt geschrieben? Also man sieht ja von hier aus, dass da irgendwas mit Y-O-T steht. Und dann... Und dann... Jot... Hatschitabu Ich hab keinen Ahnung was da steht Youtube steht da einfach Aber wieso so viel? Aber wieso nicht ein bisschen weniger? Da ist die mit dem Rock, die stunnt mich immer We watch you serve Renn doch Renn doch Sie macht Stiche Hier Stich Na doch nicht nach Auf Wo Stich Die kontrolliert die Die kontrolliert die Das ist noch ein anderer Typ Das ist kein normaler Female Type Kein Mannequin Type Das ist nochmal wahrscheinlich ein komplett neuer Type Da sehen wir Nicht alle Frauen werden zu Mannequin Puppen Es gibt wohl auch Chef Puppen Oder so Und Lone Wolf Dankeschön für 28 Monate Bienenkönigin mäßig Irgendwie sowas man Okay wir haben mittlerweile Drei Plugs Und ich glaube da waren Löcher Für 5 ne Ich glaube wir brauchen 5 Plugs Und ich habe es falsch interpretiert Und wir brauchen nur 3 Und sind jetzt fertig Äh ja Ich habe eine Heilung auf jeden Fall gerade gefunden Habe sie benutzt Und bin wieder fast tot Schade Sie ist der CEO Sie ist der geile Mann 3000 Ich glaube du bist dann was dran We watch you surf Was steht da drüber The com Pl Irgendwas mit comple Irgendwas mit comple Und dann unten glaube ich creation steht da The com Irgendwas mit comple Und unten creation So Ja wir sind jetzt hier fertig Sprich Sprich Ich muss wieder zurück Aber ich habe ja nichts neues Außer dem Plug bekommen Vielleicht brauchen wir wirklich Nur 3 Plugs Und ich habe es falsch gelesen Ah ne guck mal hier ist noch was This rotating thing won't budge I can't escape from this damn place I should try finding another way Okay Another one Genau genau Abonniert Kegel Genau steht da Genau Complexion oder completion Ja aber da steht Es steht hinten irgendwie Es sind irgendwie Os und N Und O Oder so Es wäre irgendwie hinten noch Guck mal hier von hier aus vielleicht Da oben steht noch was anderes D 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 Und dann aber Da steht nicht completion Da steht irgendwie Guck mal hier ist Hier ist ja Aber man sieht meine Maus nicht Da steht Komple Obwohl das könnte completion Halt ganz hinten ist irgendwie so ein komisches Random Kreis Vielleicht gehört da gar nicht dazu Ach The completion of creation Da steht nur of hinten glaube ich Oder The completion of creation Und was da drüber steht Keine ahnung Bufo Dankeschön für 23 Monate Dispression Dispression Was ist denn Dispression Dispression De Deckt Deckt Irgendwas Deckt Des 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 Vielleicht Da steht ja Destruction Destruction The completion of creation Desperation Achso Des Aber ich glaube Das ist doch kein P Oder Ja Da steht glaube ich eher ein T Ich weiß nicht ob Destruction Is the completion of creation Oder keine ahnung Digga Dispacito Ich glaube das ist ein T Hinter dem S Ja ja genau Deshalb kam ich auf Destruction Und hinten sieht es halt auch aus Würde ja da irgendwie ein O Entstehen Deshalb kam ich jetzt irgendwie auf Destruction The completion of creation Also das Zerstören Mit der Zerstörung Kann man etwas kompletieren Und wenn wir jetzt davon ausgehen Was da passiert ist Vorhin Dass wir wirklich aus einer Aus einem Gerät Diesen Mann Zerstört haben Und auf der anderen Seite Diesen erschaffen haben Dann ist das vielleicht Ja genau das Desperados Alter Ja Rein da Ins Mull Kann ich den Schlüssel Wieder mitnehmen Ne 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 Ja vielleicht habe ich das Falsch wahrgenommen Mit den Plugs Und wir können jetzt unten Alle drei Plugs einsetzen Man braucht nur drei Plugs Es sah halt aus Wie fünf Löcher eigentlich Hier war ja nichts mehr Ich hole glaube ich gleich Eine Flasche Desperados Oh mein Gott Wo kommen die jetzt alle her Die waren vorher aber nicht da Oder Aber soll ja Rätsel geben Wo man fünf Löcher hat Aber nur drei Sachen erfüllt Ich meine das würde sogar auch Sinn ergeben Weil Wir hatten ja Einen Hinweis Für Für wie Wie das Dinges Gemacht wird Ich weiß nicht wo das ist Boah ist das viel Data Hier Der Reaper Der Reaper of the Prey The Brave Warrior There is void Between Warrior and Reaper Also wir haben Warrior Reaper Und Ja mehr haben wir doch nicht oder Wir haben nur die drei Aber ich hab Ne und Sun Okay wir haben genau drei Begriffe Wir haben einen Reaper Wir haben einen Warrior Und wir haben einen Sun Und ich hab genau auch Den Reaper Sun Und Warrior Schon gefunden Und da steht zum Beispiel There is a void Between Warrior Und Reaper Muss eine Stelle frei sein Ja das kann sein Dass wir wirklich nur die drei brauchen Das Sun Is at its dawn And rises from the void Horizon The rise Light up the Reaper Also es klingt wie Sonne Leer Reaper Leer Warrior Das 1 zu 1 ist Rätsel aus dem Silent Hill 2 Apartment Mit den Münzen Boah das ist schon zu lange her Keine Ahnung Pigeon Mix Story mäßig glaube ich Nicht so viel passiert Wir haben jetzt herausgefunden Wie Was diese Mannekins sind Die Mannekins waren früher Frauen Die von irgendeiner Institution In Puppen verwandelt wurden Weil die Weil die verseucht sind Mit irgendeiner Dark Energy Und es gibt auch männliche Monster Die sind dann Stalker Sind Soldaten Ich habe das letzte Jahr gezockt So ne bei mir ist schon ein paar Jahre her Aber ich will es auf jeden Fall nochmal replayen Silent Hill 2 Kurz vorm Remake Auf jeden Fall noch Ja ich muss jetzt irgendwie da alle rauslocken Der ist noch ein Vierter ne Ist noch ein Vierter glaube ich Aber der kommt nicht raus Da war doch ein Vierter oder bin ich dumm Doch da kommt er Äh hallo Okay So Ähm Die Plugs Die waren In der Richtung ne Hier rechts runter waren sie Das heißt wir gehen nochmal rein Speichern schnell Kannst du ja die Platinum Trophäe machen Ne Platinum Trophäe bei Silent Hill spielen Ist doch super nervig oder Da muss man irgendwie mehrere Playfruits machen Und Damit man irgendwie so Mehrere Playfruits macht Da muss ja das Gameplay im Fokus sein Damit es mir Spaß macht Aber bei Silent Hill ist ja nicht unbedingt das Tolle Gameplay im Fokus ne Ne Moment Ich glaub nicht hier oder Die Plugs waren nicht hier oder Ne die waren nicht hier scheiße Danganronpa Die Sounds erinnern sich an Danganronpa Hab ich grad irgendwie gar nicht im Kopf Pizza in den Ofen geschoben Oha Was für ne geile Pizza hast du in den Ofen geschoben Jo ok Kann die bitte So laufen wie sie klettert Waren die Plugs hier Oh ne Ote Junior Ne die Plugs waren noch nicht hier Die Plugs waren oben Da wo ich gerade hergekommen bin oder? Aber ich hab jetzt den Safe überschrieben Da kommt die Gruppe Müssen arbeiten Müssen arbeiten Müssen arbeiten Mensch im Weg Muss Geräumt werden Mensch Muss Geräumt werden Vernichtung wird eingeleitet So ne geile mit Peperoni und Salami Oh Peperoni auf Pizza immer strong Immer strong Hier ist es Da Die sind jetzt vor der Tür Hab ich grad echt nicht getroffen? Das sind nur drei Löcher Ich bin einfach nur dumm Lol Ich bin einfach nur ein Dummbatz Plötzlich anderes Rätsel Ja Ne ich hab Ich hab auf die Die Stecker oben geachtet Die fünf weißen Stecker Ne Auf die muss ich auch achten Ja ja Da kommen ja die Dinger rein Genau Ah ok So dann packen wir Wie ich gesagt hatte Ne Sonne Dann leer Dann packen wir Nein Scheiße Ähm Sonne kommt auf eins Äh Reaper kommt auf zwei Äh auf drei Und Warrior ganz hinten Zack Boom Fertig Tür ist offen Schade Oder die Sonne Geht ja im Osten auf Ne Das heißt Das heißt Dann ist der Warrior Ganz links Hier ist der hier Und die Sonne ist ganz Rechts Ich muss kurz nochmal wieder Meine Maunen Nose So The Reaper for the Prey The Brave Warrior Don't fear the Reaper Gaze into his eyes Okay der ist auf ihn gerichtet Auf den Reaper There is a void Between Warrior and Reaper Also zwischen Warrior und Reaper Ist ein Platz frei The Sun Is at its dawn And rises Ach From the void Das heißt Hinter der Sonne Ist Hinter der Sonne ist ein Void Das heißt die Sonne kommt nach hier hin Sie leuchtet auf den Reaper Und zwischen dem Reaper Und dem Soldaten Ist ein Platz frei Ja Das ist es ja Ja So jetzt ist es offen Ich schau mal kurz mal hier Hier ist ein neuer Gegner Ah ok Inventar klingt irgendwie für mich Wie die Bestätigungssounds Bei Danganronpa Inventar Warte Wenn ich nur Inventar öffne Ja stimmt Du hast recht Du hast recht Ich verstehe was du meinst Ja Ich dachte ich habe die Pistole rausgeholt Habe ich nicht Was zum F ist Danganronpa Als ob du Danganronpa Nicht kennst Ich meine Das nicht gesehen Oder gespielt haben Ok aber Als ob du den Namen nie gehört hast Als du als Nerd Fake Nerd Hey Hey Meint ihr ich kann die Bei den Plugs Die Mannequins ignorieren Und das Rätsel einfach machen Ist ne Videospielreihe wo es um Dinge geht Wenn man um ne Gruppe von Teenies geht Die irgendwo eingesperrt werden Sich nicht erinnern können Was passiert ist in der letzten Zeit Und dann müssen sie sich gegenseitig umbringen Und das ist ne ziemlich coole Reihe Weil Weil Die Story ist cool Die Welt ist cool Und Du weißt halt nie Wer wen umgebracht hat Und dann am Ende müssen die dann alle In so einem Kreis stehen Wie so im Gerichtssaal Und dann Müssen die halt debattieren Wer der Mörder war Und du musst herausfinden Wer der Mörder war Activate Resource Wave Fusion Device Terminal Ich hab keinen Schlüssel Oh brauche ich nicht Okay Mein Lieblingscharakter ist Chiaki Weil sie in der Game Arena ist Oh Habs Oh da ist der Hardkey Ich hab ihn Call Device ist not working I'm only one active here Was war das für ein Geräusch Ich weiß nur Dass der Hammer Dude sick ist Der Hammer Dude There is a crowbar stuck in the door I can't pull it off Ach Hamster Sorry Ja der Hamster Der Dude ist cool Probably I should be PhD in theoretical physics To do so Ach so Okay Was steht denn da unten Auf dem Boden geschrieben Hall Okay Meinst du den mit dem Hamstermund Ne ich denke mal Er meint den Typen Der vier Hamster besitzt Und die seine Four Dark Davos of Destruction sind Hat hier schon jemand gesagt Dass du auf dem Thumbnail von Finals Video So aussiehst wie Yo Gerner von GZSZ Nee Gezweifelt dass irgendjemand hier GZS schaut Yo Gerner GZSZ Keine Ordner bitte schneller laden Ja ich sehe ein bisschen was du meinst Ich sehe es auf jeden Fall ja Aber wild Dass ich mit jemandem aus GZSZ verglichen werde Habe ich auch noch nie gehört Deine Augen sind hübscher Danke denke ich Okay dann laufen wir zu der Roten Tür Ich habe halt immer noch kein Leben Keine Heilung Kein Leben Und jetzt komme ich raus Und da stehen jetzt zwei Puppen direkt vor der Tür Das ist der Plan Ach nur auf dem Thumbnail habe ich schöne Augen Aber so nicht Schade So die Liebestür ist ja direkt hier Habe ich Glück mit den Die sind direkt da Ich muss das Plug Rätsel nochmal machen Ja ich wusste schon beim letzten Mal wie das Plug Rätsel geht Ich mache es jetzt schon zum dritten Mal Ich hätte beim Zurücklaufen speichern sollen Warte ich speichere auch jetzt schon Blond Und da wir haben jetzt zwei leute im chat die aussehen wie jeffrey damer sollte ich mir sorgen machen ich sehe nicht aus wie er aber wieso sagen das leute zu dir okay die können doch währenddessen angreifen ich war beim letzten mal wohl nur irgendwie super schnell ich dachte das können die nicht ja dann müssen wir die wohl weg machen genau jeffrey damer war ein furry ich hasse hier laufen manche werteten werden mit dem typen hätten wir ihn genommen haben vergessen wir mehr spaß wenn ich es gleich durch habe starte ich es noch mal neu und nehme den typen um zu schauen ob der auch so läuft vielleicht ist jeffrey damer einfach nur ein allerwelts gesicht sagt man auch so oder so dann machen wir den städtchen noch mal wieso funktioniert das nicht mehr beim letzten mal glück gehabt so den speicher ist das normal bevor ich zu der tür laufe hier gab es ja sonst nichts mein oh mein gott in wahrheit sehen wir alle aus wie jeffrey damer nee ich sehe aus wie joe gerne und wie kylo renn und wie robert lewandowski und wie jeder andere der dunkle haare große nase und blaue haare hat okay habe ich blöd ich habe dunkle haare dunkle haare blaue augen große nase ne keanu reeves geht nicht keanu reeves hat einen bart ne ich habe einen schnauzer es gab irgendeinen anderen typen äh als ich mal irgendeine insta story gepostet habe mit offenen haaren dann haben ja auch mehrere leute geschrieben ich sehe aus wie der irgendwie ein mccalking oder sowas halt's ab ne du hast ein porno balken ne porno balken sieht ein bisschen anders aus ich werde niemals in meinem leben so einen geilen porno balken haben können und wieder Wann rasierst du den weg? Mal schauen. Wahrscheinlich werde ich ihn irgendwann wegrasieren im Laufe des Jahres, feststellen, dass es mich nervt, dass er weg ist und dann lasse ich ihn wieder wachsen. Da fehlt noch einer. So, zack, da ist er. Es ist lockt, der Türknopf ist entgegert. Aber habe ich doch gerade benutzt? Ich glaube, es ist ein Turnierpunkt. Es wird nicht able to... Okay, wir haben hier das Finale. Soll ich nochmal speichern gehen? Ach komm, scheiß drauf. Ja, ob ich unten speichere oder oben speichere, ich muss trotzdem jedes Mal an den Puppen vorbei. Das ändert nichts. Und hier kann ich speichern. Und hier kann ich speichern. Das ist für sicher. Es ist so dark, dass ich Angst habe, zu gehen. Aber ich muss nach vorne gehen, nach dem, was ich erlebt habe und gesehen habe, mit meinen eigenen Augen. Ich muss raus und Schilder finden. Ich weiß nicht, ob jemand mir glaubt. Sie war schon am verwandeln. Sie war sich schon am transformieren und wollte wohl noch fliehen und es der Welt erzählen. Das war bestimmt noch vor, bevor diese ganze Scheiße auf die Welt losging. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Diese Tunnel werden mich nach... Ach so, okay, das Wiederholung. Oh, Part 3. Hier lernen wir wahrscheinlich jetzt den anderen Typ Frau kennen. Plasm of Type Classified. No data are available. Possible problems with overwriting this object self-awareness. Awareness. Okay. Mehr Infos bekommen wir dazu nicht. Ich habe bereits dieses Weapon. Okay. Ja, let's go speichern. Ab geht's, Finale. Oder was heißt Finale? Vielleicht ist das nur der erste Part, den wir jetzt fertig haben. Quasi so wie in Resident Evil 2, wenn man das Polizeigebäude verlässt und dann geht's halt in ein neues Gebäude. Ja, hier werden halt die ganzen Leute hingebracht, bevor sie verwandelt werden. Irgendwas erinnert mich das von der Grafik her. Aber die Frage ist, woran erinnert dich der Laufstil? Die Laufanimation meine ich. Laufstil einfach. Ich habe, by the way, immer noch keine Heilung. Bewegt sich da hinten was Riesiges? Als wäre irgendwie so ein riesiges Pendel oder sowas draußen, oder? Nebel meinst du, ist das eher? Ne, da bewegt sich doch irgendwas Riesiges, oder? Am I free now? Okay, vielleicht doch nichts Riesiges. Alles klar. Alles klar. Justine. ganz tot ist die menschheit nicht lockt ja ich denke wir haben nur den ersten abschnitt abbeendet jetzt kommt hier zweite hast du in der zwischenzeit mal wasser gesippt ja vier flaschen ich bin im kreis gelaufen hat das eine auswirkung bisher merke ich nichts von dann kommt mario maker das verpasst habe ich am 18 januar gestreamt hast du leider verpasst travel is now activated in programmed for white color impulse man kann wenn kreppig weeps fast jeden zweiten freitag kami kreppig weeps okay film ist noch über diese routine number zero and program for white color impulse was ich check gar nichts hier ich denke mal wir brauchen hinweise erstmal um das hier irgendwie zu lösen der gate ist lockt alles ist sie gelockt das schöne am freitag ist dass man jede woche aufs neue nicht weiß ob die spiele schrecklich ist oder nicht er heute haben wir ein gutes erlischt ich bin gerade so verwirrt die wachs usb baby wachs usb ich weiß nicht was dieser hammer für benutzt wurde ich werde es nur für woodcraft benutzen ach so This table is quite precious, making it likely very convenient for crafting a variety of items. Okay, hier können wir wahrscheinlich dann irgendwas gleich craften. Also müssen wir wahrscheinlich was craften. Ja, die Laufanimation ist halt trash, aber ansonsten ist ja eigentlich ganz, ganz cool game. Und dieser Damage-Effekt mit dem Blut ist ein bisschen nervig. I will not touch this ladder. No way, until it will stop sparking like Christmas tree. Nee, ich spiel kein Bugshot-Roulette. Terminal ist aktiviert. It's coded by Red Impulse. Okay, jetzt haben wir den roten Impulse hier. Okay, Leute, wir müssen jetzt aufhören. Ich werde keine Spiele spielen. Okay? Wir spielen jetzt so das. Ich will jetzt nicht in einem Loop jetzt hier drin sein, wo jetzt jeder mich fragt, wann ich irgendwelche Spiele spiele, okay? Data Terminal ist unresponsive zu meinem Input. Ich bin gespannt, wo diese Wires leads. Es ist möglich, dass sie die Power zu dem Terminal zu dem Terminal zu dem Terminal zu erklären, warum das currently Disabled ist. This hatch locked from the other side. Maybe it has an auto-close mechanic that prevents access from the outside. Okay. Oh! Viewing last unsent unencrypted message. Who the hell coded the Power Equipment Terminal last time? I don't have the UE keys to unlock the Terminals anymore. I already send a request to the Citizen Defense Bureau to recharged old UE was auch immer with reshared dark energy pulses but still nothing from them yet. Okay. Er braucht irgendwelche UEKs um die Terminals zu unlocken. Aber die UEKs werden mit dieser dark energy gefüllt. Aber diese dark energy Was ist diese dark energy? Installing new equipment utilizing resource can be quite a headache. I always have to apply the correct impulse first to the UE key key and then utilize it with the terminal as stipulated in the protocol. It was almost stipulated like this. Heck this, it looks like the reserve UEK is somewhere in the old warehouse on the other side of the territory. but there is no time for this our squad should urgently go to another community block to install new equipment. Geez, I won't be promoted again. I'm eternal servant. I mean soldier or sovereign. End of message. Okay, we müssen zum Oh, shotgun! Red impulse converter device. Pool lost souls. Die haben ein Item. Unusual wooden Okay, damit können wir wahrscheinlich was craften. Junge, die Laufanimation. Kann ich das reinschieben? Ich muss das kombinieren. Moment. Okay, ich muss erst einen Key finden und dann kann ich wahrscheinlich auf diesen Key diese Impulse übertragen. Und dann kann ich mit diesen Impulsen irgendwas anstellen. Irgendwas tolles. Um halt das Terminal zu anlocken oder so. Wofür ich das Terminal anlocke? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das wird unser Plan sein. Ey, Kraut aus dem Garten. Hier waren noch alle Türen geschlossen, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier habe. Ich hoffe, dass ich diese Palette für Kraft benutze. als es von durable wood gebaut wurde. Okay. Pack ich das hier hin? Und jetzt habe ich das da hingelegt. Okay. Jetzt liegt es da. Okay. Wir müssen irgendwie Parts hier hinbringen. Keine Ahnung, was wir bauen, was der Plan ist, hier zu bauen. Aber unser Ziel wird es wahrscheinlich sein, hier diese Tür zu öffnen. Der Regen ist so laut. Ich mache mal kurz ein bisschen leise. Ich habe das Gefühl, ich muss gegen den Regen anschreien. hier war ich noch nicht. Diamantspitze gecraften. das wäre stark. Heilung. Broken Eller. Oh, wahrscheinlich bauen wir eine Bombe oder so gleich. Endlich Heilung. kein roter komisches Blutzeug da. Medikit sogar. Jetzt geht es aber richtig ab. Ich denke, es ist Zeit, ein Blut und ein bisschen sitzen. Auf dieser wunderschönen Stadion. Ich würde mich überlegen, aber es scheint, wie jemand ein fatal End bledet auf das Bett. Okay, machen wir ein Päuschen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Escape Room Raum. Hey Drifter. I still can't believe what happened. This is not exactly how an evacuation must be, how I'm still alive after that. Das ist Eva wahrscheinlich. It's like I'm already watching myself from the outside. My heart is bursting out of my chest. I'm somewhere out there, and yet I'm here. Am I free now? Or am I not? that was Eva. Has she turned into this plastomorph monster? Aber diese ganz anders aus als die mannequins. How can I even see these visions? Am I transforming too because of dark energy radiation? I'm scared of what can happen next. I need to get out of here and find any living person at least. This is the only way so far. the saw a bit different than another mannequin. But maybe the transformation comes when it not controlled by people . This is a place abandoned as hell. But I can't stand on my feet anymore. I need to rest then I could move on. I saw Nexus tower in the distance behind the big old warehouse. I guess I'm not far from the city center. I'm sure I can find someone who will give me shelter from the horrors of anti-humanity. It's hard to believe. Is this the fate that befell all the people who came to modern city? Should I even consider contacting the authorities? Soldiers of sovereign are meant to safeguard people not participate in acts of destruction. I'm so tired. This bed in the room looks comfy yet. Yet must eat. A little sleep will not harm me. Ich denke mal sie ist hier nicht gestorben sondern sie hat sich hier wahrscheinlich transformiert. Hier haben wir noch irgendwie ein Safe oder so? It's protected within PIN Password Lock Enter the Access Code on the Keypad. Wir haben nichts ne? Obwohl da ist 1234 und hier ist irgendwie was. Frage ist, ob sie wirklich verwandelt ist oder was anderes passiert ist. Ich denke mal mit ihr ist irgendwas ich denke mal sie ist verwandelt. Ich denke mal wir werden noch im Laufe des Spiels irgendwie treffen oder so. Ich denke mal werden sie noch in Person kennen lernen entweder als Freund oder als Feind. Soll das irgendwie ein Hinweis hier sein für den Code? Aber das wäre dumm. 1 2 4 ein Code. Aha. Ist das ein Hinweis? 6 Hey Laberherz jetzt habe ich hinten auf Knopf gedrückt jetzt ist alles auf 6 gestellt. Ich hab's. Du hast was gecheckt? Ich denk mal, weil ja alle Farben ja hier so kombiniert sind, soll es wahrscheinlich sein, dass Weiß steht für 6, das heißt, wir haben Blau 2, Gelb 4, Rot 8, 2, 4, 8, das heißt, wir haben 6, 6, 8, 2, 4. War das deine Idee auch, Toastbert? Also Rot ist als zweites und Rot ist definitiv eine 8. Blau ist als drittes und blau ist eine 2. Und als letztes ist dann Gelb und Gelb ist eine 4. Und wenn man hier drauf drückt, dann kombinieren sie sich alle, bleiben auf 6 stehen und alle Farben kombiniert zusammen bedeutet ja Weiß. Das heißt, Weiß ist dann 6. Sprich, wenn die Reihenfolge jetzt hier stimmt, also die weiße Zahl kommt zuerst, dann 2, dann 3, dann 4. Und das hab ich eingetippt. 6, 8, 2, 4 ist falsch. Aber jetzt falsch. Ich hab's falsch gemacht. Ich dachte, wenn die Zeiger auf der 7, auf derselben Zahl stehen, gilt das für die zusammengemischte Farbe. Ja, ja, genau. Aber es funktioniert nicht. Hä? Hab ich mich grad verklickt? Hab ich mich grad verklickt? Rusty Key. Shotgun. Shotgun. Und Shotgun Amor. Hallo? Hallo? Endlich Shotgun, ja. Ähm, Shotgun bedeutet aber, so 6, 2, 8, 4 eingegeben. Oh, scheiße. Ähm, Shotgun bedeutet aber, Neue Gegner kommen. Shotgun bedeutet Autschi Autschi. Shotgun bedeutet Schmerzis. Typ 3 kommt gleich. Ähm, ja. Rusty Key. Für welche Tür ist es? Für die hier? Nope. Schmerzis für dich aber auch für die Gegner, das stimmt. Oh mein Gott, die fucking Steuerung. Hier hat man noch ne Tür gehabt. Ist auch nicht richtig. Ist auch nicht richtig. Was steht denn dabei? Oh mein Gott, die Steuerung. Oh mein Gott, die Steuerung. Hier ist noch ein Brett. Habe ich übersehen. Ist auch kein Gate, ne? Ah, hier sind die anderen Items. Man kommt hier drum herum. Ein Teddy Bear. Den können wir zum Craften benutzen. Eine Wasserflasche. Hier ist noch ne Wasserflasche. Bisschen Heilung. Und hier ist noch ein Clip. Brad Pitt. Genau. Und dann können wir hier wieder jetzt öffnen. Okay. Zug. Äh, was war Typ 3 nochmal? Ähm, kann irgendwie die Awareness oder so übernehmen, stand da. Kann sein, dass halt die Puppe mit dem Clip Typ 3 war. Weil sie die anderen kontrolliert hatte. Okay. 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 Oh mein Gott, die Kamera. Bitte. Also, ich find's ja auch, diese Spiele mit dieser coolen, mit dieser Kameraperspektivin ja auch ganz cool, ne? Aber er hat die Steuerung ein bisschen verkackt. Jedenfalls die moderne Steuerung. Vielleicht sollte man das lieber mit Tanksteuerung spielen. Aber die moderne Steuerung hat er richtig mies verkackt teilweise. Teilweise ändert sich die Steuerung bei manchen Perspektiven so komisch, dass es einfach vorne und hinten gar keinen Sinn ergibt. Hier, da ist die Gate wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, gefunden. Du kriegst durch die Kamera wechsel, kriegst du Motion Sickness. Wild. Ja, die alten FF-Teile hatten auch so feste Kameraposition, ja. Generell alte Spieler. Aktivate Resource Wave Fusion Device Terminal. Das check ich immer noch nicht. Ich krieg das irgendwie auf gut Glück hin. Immer. Ich krieg das bei. Ja, ich kriege. Ich kriege. Ich kriege. Es gibt mehreren. Ich kriege. Okay. Und so, ich kriege. Oh, jetzt. Hab's. Was passiert? This computer terminal can be used to overview the industrial area ahead. This camera is offline. Cool. Danke, dass es geht. Offline. Hättest du das die ganze Zeit schon machen können? Bei den anderen Geräten auch? Bei den anderen Terminals? Ich schiebe nur den Roten. Der Grüne bewegt sich automatisch und ich muss den Grünen anpassen. Noch ein Brett. Ah, there is a pit with some sort of different trash. I can't get through here. I have to think, what can help me overcome this... Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier so eine Brettbrücke bauen. Imagine, du müsstest Frequenz anpassen oder so. Also, die haben das wahrscheinlich aus Resi übernommen. In Resi 2 war das so, dass du immer so sowas machen musstest. Aber da war das irgendwie... Irgendwie... ...irgendwie... ...nicht so komisch, komisch, konfus wie hier. Da war es irgendwie ganz simpel. Äh, wo ist mein Crafting Table? Irgendwo hier war der noch, oder? Jetzt habe ich da drei Bretter rumliegen. Jetzt benutze ich den Hammer. Und jetzt habe ich ein langes Brett. Crafting. Ja, let's go. So funktioniert das. Die Shotgun an den Baseballschläger dran nageln und dann balancieren. Boah, das wäre stark. Ja, die Laufanimation ist scheiße. Die ist nicht wild, die ist einfach nur scheiße. Aber du müsstest durch. Höre ich Gegner? Irgendwas ist hier. Oh mein Gott. Die können rüberlaufen. Wieso kommen die mit fucking Flammenwerfern? Okay, das sind aber keine Verwandlungen wahrscheinlich. Das sind kein Plastomorph. I guess, das sind irgendwelche Defense-Drohnen, Roboter-Gedöns. Ihr wisst, ne? Ja, wie soll ich das dodgen? Wie soll ich das dodgen? Reeling-Table-Tablet. Ui. Ein funktionierender. Oh, hier ist das Symbol, Leute. Es ist rot. Gut, ich denke mal, das müssen wir dann irgendwie rot einstellen, das Symbol, I guess. Das ist vielleicht ein Hinweis hier. Dieses Explosions-Symbol ist rot. Bei den PCs hinten, da waren ja ganz viele von diesen Symbolen. Und die waren alle auf weiß gestellt. So, hier können wir zurücklaufen. Na, oder? Ne, okay. Ich dachte, das ist das selbe Tor noch von der anderen Seite jetzt. Ja, ciao, Johannes. Viel Spaß beim Bromancen. Hängt da Schuhe? Hängt Schuhe an der Tür? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das meinte ich. Ich halte gerade nur nach hinten, nach unten. Ich will laufen. Und die Kamera dreht komplett durch. Sie mir teilweise nicht ganz durchgedacht, die Steuerung. Locked. Kann ich mir nicht mal interagieren, kann ich damit. Okay, da haben wir das andere Symbol. WLAN ist gelb. Laserrot, WLAN gelb. Laserrot, WLAN gelb. ich weiß nicht ob ich hier was verpasst habe die kamera dreht dreht sich teilweise so wild hin und her dass ich mir gar nicht sicher bin ob ich hier schon war oder nicht hier habe ich den roboter getötet da haben wir den shit aktiviert hier ist noch eine tür mit bomb hier brauchen wir ein kreuzschlüssel ist das jetzt für das echte leben die musik kommt mir gerade bekannt vorher woher kenne ich diese song ist das nicht signal ist habt ihr es bei euch gerade gescannt ne ist kein virus Untertitelung des ZDF, 2020 What the fuck? I'm locked in, a tower, sometimes it speaks in a cryptic way that I don't understand You look lonely, I can't fix that But you can Keep looking for me, in the physical world Let my soul rest here, while my body language is in reality Therefore I am still here I am still here Bitte, was? Wrong man in the wrong place Das ist, glaube ich, irgendeine Anspielung an irgendwas. Habe ich das Gefühl. The label indicates it enhances overall body strength, offering new effects such as increased speed and health regeneration for a short period of time. This tablet device can contain data that should help me find the way out. Relink. Blade Runner? I don't know, man. Well, I have access to the data, but it seems to consist mainly of shipping declarations. It appears rather uninformative or of limited value. Okay. Modern City Social District Authority Shipping Address Metro Block Modern City Social District. Okay, wir sind aber noch in 2020 irgendwas. Ist nicht so weit, dass es von unserer Zeit weg. Lab Capsule Containers. Wobei, das kann ja noch weit in der Vergangenheit sein. Quantity 2 Size Medium Weight. Biohazard Containment Unit. Energy Flux Generation with built-in Capacitor. Neural VR Interface Device. 111 Items. Ja, ich weiß nicht, ob diese rot markierten Zahlen irgendwie für uns wichtig sein werden, für ein Rätsel. Lab Capsule Containers Spiral Containment and Unit Energy Flux Generator with built-in Capacitor and a neural VR Interface. Okay. Ja, nehmen wir mit, ne? Ähm, aber ja, dieses Item, was ich jetzt hier bekommen habe, ist ja theoretisch einfach nur ein einmaliges Item zum Benutzen, um sich zu heilen. Ähm, also es ist nicht mal irgendwie wichtig fürs Game an sich, dieser Ort hier. Also es scheint irgendwie eine Referenz an irgendwas zu sein. Diese Musik, die gerade läuft, das ist doch Signalis, Leute. Warte, hört die Musik? Ich mach mal kurz Signalis Musik an. Merkt ihr euch die Melodie? Und jetzt mach ich Signalis an. Warte, warum Main Menu, äh, Menu Theme? Wenn man das Spiel gestartet hat, kam dieser genau derselbe Ton. Kommt der jetzt hier noch im Song? Das kommt halt nicht. Aber wenn man Signalis gestartet hat, dann kam, glaube ich, genau diese Melodie. Vielleicht selber ein Entwickler? Nee, ich glaube nicht. Nee. Der hat 2021 ein Spiel gemacht, was auch Resource heißt. Und das ist der Typ, den wir gerade gesehen haben. Also den ich gerade gesehen habe, auf mein Handy, hier, ähm, als ich den, den QR-Code gescannt habe. Da ist der Typ Chat. Heißt, das ist vielleicht eine Referenz an sein altes Spiel? Es ist ein 2D-Shooter. Featuring unique heroes with various abilities. Shoot, dash, kick, okay. Kurz mal Trailer anschauen, ob da die Musik läuft. und ich denke nicht, dass wir das Freitag spielen. Aber ich könnte schwören, diese Melodie, die kommt, immer wieder loopt. Wenn du Signalis im Hauptmenü bist und dann das Spiel startest, in dem Moment, wo du auf Starten drückst oder auf Laden drückst, dann kommt dieses jedes Mal. Wieso ist die ganze Zeit hier da jetzt unten so ein Tür-Symbol? Okay. Ähm, ja, keine Ahnung, ob wir jetzt mit den zwei Hebeln, die ich jetzt gedrückt habe, irgendwas anfangen können. Ich gehe mal zurück, denke ich, ne? Hier war, was war hier nochmal? Achso. Moment, bin ich überhaupt nicht hier lang gelaufen? Doch, hier war der andere Hebel, ne? Ja. Nee, das ist nochmal was anderes. Hier war ich noch gar nicht. Das ist ein alt-Symbol. Though es ist ziemlich massiv und kann contain something useful. Try picking a combination to the safe lock. Ich kann turn the lock either left or right, but it must confirm the current combination value each time before moving to picking the next one. Ähm, ja, ich glaube, wir haben noch keinen Code, ne? Haben wir irgendwo einen Hinweis gehabt? Sehe ich wieder irgendwo an der Wand irgendeine Markierung nicht, die ihr seht? Oder an einem Safe selbst? Nee, ne? Die roten Zahlen? Welche roten Zahlen? Ach, du meinst vorhin? Das hier meinst du? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich stehe da auch nicht, welche Richtung ich drehe, aus links oder rechts? Und dann fehlt die letzte eh ja noch. Ich glaube, das kommt später noch. By the way, den Teddybären. Den habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Kann ich irgendwas aufschneiden oder so? Ich kann ihn aber droppen. This teddybär belong to some boy who seek his father after evacuation. Ich kann ihn droppen. Was, Psycho? Wieso bin ich jetzt ein Psycho? Okay, also jetzt haben wir drei Hebel gefunden. Jetzt denke ich mir, scheiße, es muss doch noch ein vierter Hebel irgendwo sein. Weil vier PC ist, Symbole? I guess? jetzt habe ich doch irgendwie die Befürchtung, ich habe irgendwas übersehen. Ich weiß nicht, ob mein Inventar begrenzt. Bisher hatte ich kein Problem damit gehabt. Bisher hat mir das Spiel nicht gesagt, hey, du darfst es nicht aufheben, du hast volles Inventar. Bei den anderen Items kann ich aber nichts droppen, oder? Doch, kann ich auch. Okay. Das heißt, wenn ich den Teddybär droppen kann, dann ist der Teddybär ein Gebrauchsgegenstand, was man für irgendwas benutzen kann. So, hier haben wir jetzt diese Symbole. Das haben wir ja gefunden, dieses Symbol. Und hier steht aber jetzt, dass es ist rot. Aber hier passiert halt gar nichts. Und es ändert sich halt gar nichts. die Zahlen 4, 3, 9, 2, die passen ja hier nicht. Ich kann ja nicht eintippen, was ich hier will. Number three, program for white color. Ich habe drei genommen. immer noch drei, obwohl ich vier genommen jetzt habe. I am confusion. Es ändert sich halt gar nichts. Wieso bin ich da jetzt rumgelaufen und habe diese fucking Hebel gezogen? Der Teddybär wird aber nicht zum Craften benutzt, oder? Nein. Das hier. Special Device is used for tagging unique electronic keys. Applies red impulse to the key value. Ja, und wir brauchen ja erst überhaupt diesen Key. Und es hieß, der Key wäre ja irgendwie im Warehouse. Das ist aber ein Tor, wo als ich den Schlüssel dafür gefunden habe, stand da, ist der Schlüssel für das Tor hinter dem Warehouse. Das heißt, ich bin ja schon hier quasi am Warehouse vorbei, oder? Was hat mir jetzt gebracht, diese scheiß Hebel zu drücken? Es hat sich nichts geändert. Oder ich muss hier noch irgendwo einen anderen Hebel finden. Einen vierten. Wirklich für jedes Symbol einen Hebel finden. Wir haben jetzt WLAN gefunden, wir haben Laser gefunden und wir haben hier das Symbol gefunden. Ein Symbol fehlt uns noch. Irgendwo habe ich was übersehen. Diese Tür da unten, die habe ich nicht gecheckt. Ich glaube, gelb bedeutet, ich habe es nicht gecheckt. Ja, guck ihr einfach beim Laufen ins Gesicht, dann stört euch das nicht so sehr. Ach, hier ist die Tür, mit der ich nicht mal interagieren kann. Ja, und da ist halt das WLAN-Symbol. Die Hebel sind einmalig. die muss man einmal. Das ist nicht ein Rätsel, dass ich die Reihenfolge drücken muss. Ist womöglich dein Signal Display anzuschauen? Ja, auf YouTube habe ich den komplett hochgeladen, auf meinem VOD-Kanal. Ich meine, der war komplett. Müsste. hier war diese weiße Tür mit dem QA-Code-Rätsel. hier komme ich nicht rein. Da brauche ich ja den Schlüssel. Den Kreuz Schlüssel. Hier komme ich nicht rein. Wohnbad schon so. Wieso liegt hier irgendwas? Wieso ist dein Key-Symbol? Ja, ich war definitiv überall. Und hier ist der Hebel. Definitiv überall. Amerika, explain! Oh mein Gott, die Kamera. Ich verstehe, was das Problem ist bei manchen Stellen, dass man die ganze Zeit sich im Kreis spinnt. Das Problem ist, dass die Kamera nicht genau hier, dass die Kamera nicht umswitcht, sondern dass die Kamera sich dreht. Ich glaube, das ist das Problem. Auf dein letztes YouTube Shorts Video auf deinem alten Kanal gibt es bis heute Leute, die darunter kommentieren, dass ich wünsche das was hier. Dafür brauchst nicht auf YouTube zu gehen. Kannst auch hier im Stream sehen. Kannst auch hier sehen. Tja, was ist der Plan? Entweder ich verstehe die Mechanik nicht oder mir fehlt irgendwas irgendwas noch. Deshalb bin ich hier. Du bist hier, um die Leute zu schauen, die mal sagen, ich soll Videos machen. Äh, zu sehen. Zu schauen einfach. Was habe ich mit diesen scheiß Hebeln bewirkt? Ich habe keinen neuen Schlüssel gefunden. habe halt das hier bekommen. Unknown Mixture. Aber ich glaube, das ist nur eine ist, glaube ich, kein Key-Item. Ich glaube, das ist einfach nur eine Heilung. Das ist ein Bonus-Item. Ich will es nicht verschwenden. Hier geht es nicht auf. Einfach okay. Disgusting. Who is ever capable of doing such things? Hatte aber ein Leichen. Habe ich da hinten vielleicht was übersehen? Hier habe ich diesen roten Block rausgeholt. Aber ansonsten war hier nichts. die Leiter, genau. Die Leiter. die ich nicht benutzen kann, weil sie unter Strom steht. Ich hasse die Laufanimation. alles aus. Hier ist zu. Kannst du die komische Flüssigkeit bei der Leiter verwenden? Ne, das ist ja eine Heilung. Das ist eine Heilung. Damit heile ich nicht. Das ist wie das Wasser oder Medikit halt. Pool lost souls. Ja, irgendwas fehlt mir. Terminus activated. Es ist coded bei Red Impulse. ist das ist das ist das ist ist da nichts zu sehen mit irgendwas muss ich das kombinieren wahrscheinlich mit dem Key wenn ich den Key gefunden habe dann kann ich wahrscheinlich den Impuls dieser roten Batterie auf den Key übertragen deshalb kann man das kombinieren aber ich habe halt die Key nicht ich habe den Scheiß Key nicht vielleicht eine kleine Sitzpause machen im Restroom vielleicht kommt dann irgendwas Wichtiges ich denke mal ich muss irgendwas mit diesen Dingern hier machen aber ich check die Mechanik dahinter nicht das Rätsel nicht wahrscheinlich muss ich da irgendwas machen was anderes habe ich nicht mehr oh mein Gott ich die oh mein Gott die Steuerung das müssen wir gleich googeln aber ich weiß nicht ob ich was finde weil ich weiß nicht ob irgendjemand das Spiel gespielt hat ich habe aber nichts im Koffer übersehen oder ich kann das nicht mehr öffnen ok oh bitte lass mich vom Koffer weg also wir wissen das linke Symbol ist rot das war auch rot und das war gelb und das dritte haben wir nirgendwo gefunden 2 39 4 und unbekannt 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 11 10 11 12 12 13 14 15 15 Und da ist dann was Wichtiges drin. Aber wie mache ich den Safe auf? Wie kommst du jetzt auf 66, Sibota? Wir haben 2,39, 4 und unbekannt. Ach so, du meinst, weil hier steht, wir haben 111 Items insgesamt. Und das so, dass das auf die 66 kommt. Aber ist das dann für den Safe? Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich muss versuchen, ja. Aber wenn das stimmt, dann ist es smart, ja. Ja. Einfach simple Math gemacht. Ja, Richtung, keine Ahnung. Ich denke mal, der Anfang ist ja wichtig und dann wechselt man ja immer die Richtung. Das heißt, ich versuche jetzt direkt mit nach links. Wenn es nicht geht, dann mache ich nochmal von 9 und dann nach rechts. Also, wir gehen erst... Also, wir gehen erst... Wir gehen nach rechts. 1... 2. 1. 3. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 10. Und 66. Ich weiß nicht, ob ich stehen bleiben darf. Ob ich die Richtung wechseln darf, wenn ich zu weit bin. Ist das nur eine 2? Ist das schon 2,5? 2,39, 4,66. So, jetzt bin ich schon wieder ein zu weit. Darf ich zurückgehen? So, jetzt bin ich schon wieder ein. Es wäre ja mega dumm, wenn es jetzt wirklich daran scheitert. Was machen wir mit der Statur? So, jetzt bin ich schon wieder ein. Ich habe wohl wirklich irgendwo an irgendeiner Stelle nicht richtig gedrückt. Oder es zählt halt wirklich, ich darf vielleicht wirklich nicht zurück wieder drehen, wenn ich vorbei bin. Oder ich habe irgendeine Zahl nicht richtig getroffen. I don't know. Hast du hier in den Straßen schon einen Gegner besiegt? Ich habe einen Playthrough gesehen und der hat dort einen Gegner gefunden. Ja, zwei Stück habe ich hier besiegt. So, wir sind wieder drin. Hier ist wahrscheinlich der letzte Hebel. Ja, jetzt ergibt das andere Rätsel wahrscheinlich jetzt auch Sinn. Und hier ist auch der Schlüssel, ne? Yep. Blank, unique, electronic, key. U-I-key. Okay. Shotgun-Shell. Und hier ist ein Speicherpunkt. Das heißt, wahrscheinlich kommen jetzt neue Gegner. Plastomorph-Typ involuntary. This is a new version of Plastomorph that comes from the spanned material of Plastomorph type mannequin and the non-combat body shell of the stalker type. Non-combat body shell. Achso, nachdem er, ja. Used for guarding and surveillance. As well as daring up a minor commission. Doesn't need incentivize rewards on neck control devices. Has minimal nutritional reward demands. Runs out of service live quickly. Okay. Wir haben einen neuen Typ gefunden. Mal gucken, was der kann. Ja, wir haben das jetzt in Pink. Ich denke mal, wenn man jetzt alle gestartet hat, dann ändern sich wahrscheinlich gleich alle dort. in dem Main-Dingens. In dem Main-Bereich. Ist da ein neue Gegner? Achso! Achso! What the hell? Death penalty? I'm not some kind of criminal. I just want to get free. I need to focus. Ich hab die Tür benutzt. Ah! Ah... I just want to go! I have to go! Ah! 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 Okay, das sind die neuen. die leeren combat shells von den soldiers von den ich habe es nicht geändert die leeren combat shells von den von den stalkern kombiniert mit den mannequins ja ich hätte sich gar nichts verändert aber wir haben jetzt den key hier pass auf wir können hier jetzt kommen bein so jetzt ist der kiel red jetzt gehen wir in diese richtung hier die sind auch hier in meiner base in meiner base ist unfair vor allem hier wo die steuerung komplett weg ist junger ich weiß nicht ob ich das laden soll ich glaube ich lade das oder ich habe ja super viel schaden bekommen für gar nix oh mein gott ich komme nicht raus no hit run oder was nein aber ich habe keine heilung die klingen so ein bisschen wie diese soldaten aus half life alter ja ok ja das laden hat sich ja richtig gelohnt hat sich ja richtig gelohnt ich habe diesmal ein hit weniger bekommen also ich will einen mehr bekommen aber wenn ich jetzt den typen töte dann bin ich wieder bin ich wieder gut dabei bin ich wieder gut dabei dieser heli erinnert mich an den aus metalgear solid 1 auf dem dach der heim der heim ich glaube ich hieß der ne oh mein gambit ist leer scheiße ja mit der shotgun one shot aber vorhin habe ich früher ein zwei schüsse gebraucht jetzt nur ein das ist ja das ist ja bisher respawn die gegner nicht nehmen außer halt also die die tot sind bleiben firma tot es kommen neue gegner zwischendurch wenn irgendwie ein neues objective erreicht wurde oder so für echt die miese sau die miese sau ich weiß nicht ob ich die sind schnell ich habe überlegt vielleicht pistole zu wechseln aber die sind halt echt schnell ich glaube mit der pistole wenn die nach zwei schüssen nicht tot sind dann bin ich halt tot so jetzt können wir die leiter benutzen muss jetzt wirklich von dem helikopter weglaufen ok ne er greift mich nicht an so wir kommen nicht mehr zurück scheiße ok hier ist sehr viel loot ich glaube gleich kommt etwas gefährliches gelber schlüssel ok ok nice die ist wirklich etwas komplett neues geworden ein ganz neuer typ wahrscheinlich weil sie halt nicht von denen gefangen genommen wurde und medicated wurde ist irgendwie ein ganz eigener typ geworden vielleicht sogar ein typ der oh nein hunde kommen die sich noch ein bisschen unter kontrolle hat naja i can pick this item it's time to search for treasures ist das hier in treasure point ich habe den ob wir mal ein roboter gehört kein bock die rober sind echt scheiße hier ist ein symbol des triforce ich sterbe gerade ich sterbe gerade stark stark ich habe vor zehn sekunden gespeichert wo jetzt ich trage zu viel jetzt kommt man kann wirklich nur die zwei rein haben ich versuche mal pistole zwei schüsse die sind sogar schwächer als die mannequins irgendwas sagt mich sollte hier nicht weitergehen ja zwei schuss geht voll klar da kriegt man die mit der pistole easy weg das hat mir so viel aushält also bei denen muss ich wirklich die pistolen die shotgun benutzen aber das lade ich jetzt nicht noch mal was für eben man kann hier nicht eben in dem spiel ich habe 18 Uhr angefangen zu streamen wie wie soll man die töten ohne damage zu nehmen wie soll das gehen wie soll man die töten ohne damage zu nehmen ach so von hinten soll ich jetzt backflips hier machen über den drüber oder was ja wir haben jetzt nur noch diese diese besondere heilung die ich aus diesem easter egg raum gefunden habe geholt habe ansonsten habe ich keine heilung mehr ich kann mich überprüfen public message what the hell are these message codes popping up all over the place there is some kind of message inscripted in them but my relink can't process it my only option is to overwrite the messages on top of the old one any soldiers of sovereign who comes across these codes on the walls should take it upon themselves to replace them we must ensure the borough doesn't discover this as it could result in fines or charges for antisocial activity against the squad we are already falling behind the schedule in installing the equipment end of message displaying advertising message der ist ein link chat da ist es new city new citizen new water do you think the sovereigns new brand of water is something you would suggest your family no anti-social activity after scheiße praise to the i will not answer the new citizen knows that resource is the greatest gift hacking injecting messiness he wasn't hacking other injecting us i hope you will read this us the key in a hiding place look for it there sign on the ground as for me i am only going forever there is no stopping me now i'm no longer the evil i used to know i'm something more i sense it all all the inter waveforms of data i found a refuge they're expecting me and i am waiting for you and that message yeah that's cool that's cool that's cool that's cool that's yeah no no öffentliche öffentliche werbung quasi also öffentliche werbung er ist das eine werbung und wir gucken uns diese werbung quasi nur an aber iva hat diese werbung gehackt jetzt brauchte drei schüsse und konnte uns dort eine kleine nachricht schicken ob skirky ok nice ok shotgun Okay, irgendwas ist da drin Ich kann es nicht aufheben Ich muss erstmal irgendwie Ja komm, ich verbrate jetzt die super tolle Heilung Die heilt mich komplett voll Und jetzt bin ich super schnell Der bestimmt voll krass Für den Endbosskampf eigentlich, ne Ich habe es verschwendet Und dafür bekomme ich jetzt eine beschissene Kleine Heilung Ja, und die heilt auch noch zwischendurch Noch weiter Ja, es hieß, die heilt dich Heilt dann über Zeit Und macht dich irgendwie Stärker und schneller Für eine bestimmte Zeit Also ein Batsch Ich sammle wieder die Hebel Ja, jetzt habe ich nur noch die Wege Wo die Stoppschilder waren, ne Aber ja, das klang jetzt so Sie hat ja gesagt Sie kann alles fühlen Sie kann die ganzen Sie kann die ganze Data wahrnehmen Sprich Sie ist etwas Mechanisches geworden Es ist dieser ganze Prozess hier Etwas Mechanisches Etwas, nicht irgendwie was Virusmäßiges Nicht irgendwas Biologisches Sondern etwas Mechanisches Okay, hier müsste der Schlüssel rein Wahrscheinlich Oh mein Gott, ich will doch da lang hier Achso, dann läuft man läuft hier noch im Kreis Oder so Ja doch Hier Was war das denn? Da ist eine Mannekin Okay, sie tut nichts Und sie gibt mir auch nichts Also was macht sie da, hä? Was will sie da? Beim Runtergehen wird sie dann nicht mehr da sein Ich bin ja wieder hier Wieso bin ich wieder hier? Was habe ich erreicht In meinem Leben Hat sich jetzt irgendwas verändert? Bei den Terminals? Ich habe jetzt ein paar neue Hebel gedrückt Oh mein Gott Diese Kamera Diese Kamera Oh mein Gott, bitte Er hat sich gar nichts geändert Die sind immer noch alle weiß Ich habe irgendwas übersehen Denke ich Ich verstehe auch die ganze Zeit nicht Wieso ich Hebel drücke Wieso drücke ich die ganze Zeit Irgendwelche Hebel? Man hört im Hintergrund Irgendwas Lautes Schon sechs Hebel gedrückt Und irgendwas passiert im Hintergrund Aber ich habe keine Ahnung Wofür die da sind Oh mein Gott, die Kamera Ja, ich mag auch Hebel drücken und so Aber es wäre irgendwie cool Trotzdem irgendwie zu wissen Was die machen Ich komme hier nicht mehr durch Ernsthaft? Wow Kann ich das irgendwie gelb machen? Wird mir das was bringen? Jetzt ist es orange Das ist der finale Color Code Was machen wir jetzt mit orange? Was machen wir jetzt mit orange? Hat mir irgendwo ein orangenes Licht Kannst du es weiß machen? Ne, das steht ja schon final Und sobald ich was neues drauf packe Wird es halt weiß Ja, das ist halt der Standard Das ist halt leer Blank Und ich kann jetzt gelb Rot-orange machen Aber ich hatte weder gelb noch Weder gelb Noch Orangene Schlüsseltüren gehabt, oder? Hey, Ballistic Card Ich dachte es war zwei Stunden Echt Dass das Game bald vorbei ist Und nun sitzen wir immer noch hier Auf Steam haben die geschrieben Vier bis sechs Stunden Ich denke mal Wir sind noch ganz gut dabei Gut möglich, dass hier Nachdem wir die Terminalsache geklärt haben Dass es da schon Richtung Finale danach geht Aber ja, mir fehlt Irgendwie irgendwo was Irgendwie irgendwo Wo ich Den orangenen und gelben Schlüssel benutzen kann Hier war ich noch gar nicht Guck Ich kann nicht hinter ihm gehen Es geht nicht Ich kann nicht hinter ihm durch Er hat so eine krasse Reichweite Mit dem Feuer Unmöglich Da ist noch irgendwo einer Okay Die Shotgun ist eine Ist eine Sniper Man kann von richtig weit schießen Das ist jetzt der Plan Das ist der Weg Hier war ich noch nicht So, jetzt habe ich Noch weitere zwei Hebel gefunden Public Message Nein Ist weg Scheiße Und hier haben wir noch einen blauen Schlüssel Geil Hier, Public Message Da gab es ein paar Malfunktion In der Transformation Equipment Ich weiß nicht was zu tun Aber wir brauchen die Proof Um zu vermeiden Antisociale Punishment Ich habe nur die Proof Auf der Arbeit Auf der Unterricht Ich hoffe Die Wissenschaftler In der Nexus Tower können Tests Auf die Remnants So unsere Squad wird nicht zuständig Für Any Lapses In Unsere Duties Aber da war doch gar nichts Oder Ja, jetzt haben wir Acht Hebel insgesamt gedrückt Vielleicht sind jetzt Diese komischen Vier Bildschirme an Die die ganze Zeit aus waren Oh, hier Override in Progress Can't display the content now Please update your relink software To request new hardware In the Citizen Defense Bureau Das ist wie bei Acht Für Acht Bildschirme Meinst du? Ich denke die sind Eher für Dingens gedacht Oder? Für die anderen Vier Monitore Die uns jetzt Einen Hinweis geben werden Auf die Monitore mit den Weißen Bildschirmen Ja, der Fisch ist geil Mann Die steht immer noch hier So Und jetzt hier oben Sind jetzt die Monitore an Zack Die sind alle aus Oh Ne, die gehen an I can Either document The terminal response Or endeavor To Memorize Green How many times Did the terminal Generate a response? Viermal Okay Okay The total number of recorded response Vier Okay Cool Eins Okay, rot Rot Eins Sie Sieben Ich habe richtig gezählt Oder Chat? Ich kann nicht so weit zählen Eigentlich Zwei Das war yellow Okay Jetzt habe ich irgendwas geschafft Schauen wir mal, ob wir was machen können Das ist drei von vier Ne, ich habe alle vier Monitore benutzt Sie sind immer noch alle weiß Ich gehe mal kurz speichern Boah, die Steuern Dann fassen wir mal gleich alle Infos zusammen So Chat, wir haben jetzt Paint Wir haben jetzt Fenstermodus White Gameplay Ja Wir haben jetzt Dieses Ne, ihr wisst schon Dieses Zack 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 Symbol Ne Das war rot Der Laser War auch rot Rot Das WLAN-Symbol War gelb Und Das Symbol war Lila So Kann es sein Dass ich Eins von den beiden Die Farbe falsch gesehen habe Und eins von denen ist eigentlich gar nicht rot So Und auf der anderen Seite Äh, was ist auf der anderen Seite Und Nebenbei Hatten wir noch Jetzt gehabt Bei den anderen Monitoren Hatten wir gehabt Rot Rot 4 Grün Ne, nicht grün Was war das nochmal? Rot 4 Gelb 7 mal Purple Glaube ich Einmal Und grün Zweimal War das so? Bei den anderen PCs Wo ich gerade war Ich glaube das waren die Zahlen So und jetzt gehen wir nochmal kurz Zu den Dingern drüber Zu den hier Rot 4 Purple 4 Gelb 2 Ne, wir hatten doch gerade Einen mit 7 gehabt Oder so Da war eine 7 dabei Nein, was möchte Ich will Vollbild Ich, meine Maus Grün war 4 mal Rot Rot 4 Purple 4 Gelb 2 Jetzt alles durcheinander Jetzt muss ich gleich da nochmal hinlaufen Glaube ich Oh mein Gott Wieso ist das immer so klein? Ich hätte es nie klein machen dürfen In cat Dankeschön für 2 Monate Purple 7 Purple 7 Und gelb 2 Save Rot war doch nicht 1 Rot war 4 Save So, aber was bringt uns das jetzt So, aber was bringt uns das jetzt 0 0 Tt Auf einmal kommt es auch noch pink dazu Okay, ich kann es Purple machen Impulse problem Into it It's final Chara code The color Can be Reset Und wir können auch theoretisch Dann auch Grün machen Ja, wir können alle Farben Jetzt machen Hey Nikolaus, was geht ab? Ich kann auch braun in den Raum werfen Aber das bringt mir trotzdem alles nichts Weil ich weiß nicht, wo ich mit diesem Ding hingehen soll Ich kann es doch nirgendwo benutzen, oder? Kann ich mich da vorstellen und den Schlüssel benutzen? Kann ich ihn da reinschieben? Kann ich, okay Ja, ich kann es doch nirgendwo Nein So habe ich die vorgefunden Die Symbole Die Explosion war orange War die nicht so rot? Die waren doch beide rot Ja, es kommt mir auch ein bisschen sass vor Dass beide die gleiche Farbe haben Ja, da sind halt jetzt super viele im Gegner Wenn ich da hinlaufe Laser war safe rot Laser war safe rot Ich könnte meinen Das andere war auch safe rot Achso Achso Ich habe die Pistole nicht mehr einfach rausgerüstet Ich habe auch nichts mehr zum Heilen dabei Beim nächsten Hit bin ich tot So, das ist ja mehr als rot Rot, da geht es doch gar nicht mehr Wollen wir darüber diskutieren, ob das rot oder orange ist? Das ist rot, oder? Mehr rot geht nicht Nein, es kann kein orange sein Okay, das ist orange Okay, das ist orange Ja, okay Okay, ja, das ist orange Okay Dann kann ich ja jetzt wieder laden Muss ich nicht laufen Und ich habe wieder Leben Das ist jetzt orange? Das ist doch alles drei Rot Ich sehe auch keinen Unterschied Die sind jetzt ausgegangen Wir haben es geschafft Links ist jetzt richtig Ist ein rotes Symbol über der Tür Jetzt müssen wir nur noch die rechte Seite schaffen War richtig Okay So, aber was ist das jetzt? Also auf der linken Seite Mussten wir wirklich einfach nur die richtigen Farben finden Das war's Aber hier müssen wir jetzt irgendwas anderes finden Nee, ich kann die auch färben Terminal now is activated with subroutine number zero And programmed for yellow Haben wir irgendwo eine 7 Nein Wir haben nirgendwo eine 7 Ich hätte jetzt gedacht Jetzt müssen wir hier vielleicht die andere Sache übertragen Die wir gefunden haben Mit den grün 1 4 0 Und so Grün 1 Purple 7 Und so Dass wir das jetzt hier übertragen müssen Aber hier jetzt Subroutine number zero Und programmed for white color Haben wir irgendeine Note bekommen? Terminal Report Achso, guck mal Hier sind die Scheiße, Rot war wirklich 1 Grün 4 Purple 7 Gelb 2 Äh, wenn ich was auswähle Dann Äh, erinnert sich halt Ding jetzt hier Steht der z.B. jetzt hier Terminal now is activated with subroutine number zero Ne Jetzt kann ich hier Das O nehmen Wenn ich jetzt draufgehe Dann ist number one T ist number two Und nochmal T Number three Also es ist quasi einfach nur 0 1, 2, 3 Und das ist wohl bei allen hier so Hier ist jetzt drei Jetzt nämlich zu schön den hier Das muss jetzt eins sein Das ist jetzt vier Fünf Seh Okay 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 Die fangen hier eher so an Das ist 0, 1, 2, 3 Und so weiter Bis hoch nach elf Acht Ich kann nicht zählen Sieben Ne Jetzt ist hier ganz hinten Zwei 1 0 9 Okay Auf der Seite haben wir einfach 9 0, 1, 2 Das ist jetzt 9, 0, 1, 2 Okay Zero Zero ist zero Nine ist nein O ist eins T ist zwei T ist zwei Das überträgt sich glaube ich auf alle so oder Das heißt nein ist jetzt nein Ja Was ist ein S S steht für Sechs E steht für Acht Moment Moment Diese Moment Die beiden Das erste S ist sechs Das zweite S ist aber eine sieben Oh so Ja klar Weil six Und seven Beides fängt mit S an Ja Okay 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 Das heißt Wir haben jetzt Terminal Eins Ist rot Das heißt wir packen Hier jetzt rot rein Würde ich sagen Packen wir hier jetzt rot rein Und packen bei rot Dann jetzt No one So Terminal zwei Grün Lila Gelb Okay Machen wir erstmal die Farben Ich bin dumm Ist okay Okay Nein So wir haben die Farben Jetzt ne So jetzt war eine green Eine vier Four Oder five Was davon ist jetzt das richtige Okay Das ist richtig Four Und dann hier Seven Und was war gelb Two Oh mein Gott Wir haben es geschafft Chat Würde ich jetzt neben euch stehen Würde ich euch ein dickes High five verpassen Das haben wir gemeinsam Wir haben gemacht Ich hab Palwoid gespielt Ja Am Dienstag Im Stream Also kurz abspeichern Okay Was kommt jetzt Ist da Eva versteckt Ist das Refugee Der Refugee Raum The door ist unlocked Allowing me to enter The warehouse I have a sense That I should prepare myself As I am uncertain About what might be Awaiting me inside Okay Endkampf I have finally some Found someone alive Can you help me please I was nearly killed And I am injured What the Wer ist der denn jetzt Ein Kettensägenboss Ein Kettensägenboss One head Eh Hallo Okay Ich kann es nicht mehrmals machen Ich habe keine Shotgun-Munition mehr Ich kann es nicht mehrmals machen ory Ich kann es nicht mehrmals machen Ich habe keinen Der Jetzt bin ich tot Okay, irgendwie bin ich verwirrt Ich glaube, man muss warten, oder? Bis der Hebel wieder nach oben geht, glaube ich Da, ha, 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 ha Äh, ein bisschen später. Renn doch! Er kann sich spinnen. Der Hebel ist noch unten. Jetzt! Komm schon, bleib liegen! Ich bin so bad! Oh! Me dead! Äh, me bad, but he dead! Haha! Ah, hier war Shotgun. Ich glaub nicht, dass das der Endpost war. So, was hab ich jetzt für eine Note gefunden? Okay. Das war also er. Quasi. Äh, hat der ein Key gedrückt? Ist dieses Karo oder Piekschlüssel? Ja. Das muss noch kommen. Okay. Okay, sind wir jetzt, äh, fertig mit Tutorial? Jetzt kommt, jetzt kommt Main Game. Ah, 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 ah. Ich will ein bisschen mehr Lord zu Eva haben. Wo ist Eva? Gib mir Lord zu Eva. Und wisst ihr, wieso sie auch Eva hasst, Chat? Sie ist die, sie ist quasi die erste Frau, die die nächste Stufe der Menschheit quasi erreicht. Schon wieder ein Teddybär? Was macht dieser scheiß Teddybär? Okay, steht einfach nur, gehört irgendeinem Kind. Aber was ich genau damit meine mache? Keine Ahnung, man. Hier ist eine Schranke oder so, glaub ich. Sie kann nicht drunter klettern oder drüber klettern. Dafür wurde sie nicht ausgebildet. Ist aber auch ne Anti-Social-Site? Anti-Social-Criminality-Digger. Deshalb traut sie das gar nicht. Ach, da steht Stop, nicht Side, wow. Lesen. Lesen ist meine Stärke. Dann Teddy zum Stacken, maybe Endgame. Der Endboss ist dann so ein kleines Kind und ich muss ihn mit Teddybären bewerfen. Hä? Hä? Rechts geht. Gibt's nur ne andere Kameraperspektive. Da ist das Kind! Da ist das Kind. 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 Also in die Metro-District Station. wir haben den in der metro station gesehen habe ich den übersehen habe ich dabei kurz in den chat geschaut the car severely damaged almost beyond recognition i'm uncertain if anyone could have survived such a serious accident yeah that's a nexus tower where is my daddy hey hey there i finally found someone wait no what are you talking about i'm not a monster i witnessed them myself and managed to escape they created that metro station that much i'll confirm i couldn't confirm what the heck what are you saying wait let me explain me hätte ich laufen können hätte ich laufen können ich habe nichts gedrückt ich habe zugeschaut ich dachte es noch eine katzen ich glaube ich hätte weglaufen müssen oder ich bin unter wasser und nicht alles voller leichen oder das ist gar nicht wirklich unter wasser ich bin zwar ins wasser gefallen aber ich bin gar nicht unter wasser das ist wie diese diese totenwelt von herkules dass dieser lebensstrom aber ja wir sind plötzlich in first person unterwegs ich habe nur noch teddy bears ich habe alles vor items verloren und teddy bears nicht das hässliche blut ist noch daher dieses an bearable i can't breathe am i dreaming we're in the world am i right now i'm completely unsure of my whereabouts and this place it radiates a distinctly green ambience i ought to investigate and figure out what's going on und wieso trage ich zum ficken denn scheiß hell wenn ich im bett liege ok big scissors muss ich jetzt die teddybären aufschneiden die hermit die karte it's protected with a pin password lock enter the access code on the keypad ok im noch keine zahlen it won't budge there is a player on the table ok vielleicht finden wir gleich noch gosh my head is is in pain i really need to find some medicine vielleicht solltest du erst den helm absetzen this is a telephone i'm uncertain about who i could call or if it's even functional use eins acht sieben sieben blad has filled the bathroom and though it's unsettling i can discern something lying at the bottom of the bath tube Examen? Da liegt eine Leiche. Wieso liegt in meinem Badezimmer eine Leiche? Evidence Bag. Da liegt eine Kassette. Das ist keine VHS. So sehen die nicht aus. Die Kassette ist in der Kassette. Darf ich nachher sehen? Ja, klar. 3-4-2-8-6-9 Der Turm produziert diese Dar- Ja okay, das ergibt ja Sinn Ja, wir haben jetzt einen Code Ich denke, das ist er, die Telefonnummer Habt ihr aufgeschrieben? Kuss geht raus Oh nein Okay, ich dachte schon Ich krieg keinen Text 4-Digit hidden from sight A mystery A riddle In the shroud of night Decipher their meaning The key to the door To enter a realm never seen before Die Ys stehen so besonders heraus Das fällt mir jetzt beim Lesen auf The digit that doubles itself with grace In Fibonacci's order It finds its place The first of all odd A renowned start Its square and square root A work of art That's a thickest Fibonacci, Alter Klingt lecker And lock the door With these clues in mind The path to the new reality Will find A mystery unveiled An adventure begun In this enigmatic journey We became one I think each line of the verse Means a number Code And I generally hope I'm not mistaken Die Zahl Die sich selbst verdoppelt Check ich nicht Bei Fibonacci Ist die folgende Zahl Immer die Summe Der vorherigen zwei Zahlen Also Eins Also zwei Zwei Würde zutreffen Weil Ne Drei würde passen Ne Weil eins und zwei Ist ja gleich Drei Aber was dann mit Vier Bei vier Bei vier ist Eins plus Zwei Plus Drei Ist sieben Es geht ja nur Drei Sonst keine andere Die digit Die digit That doubles Itself Die digit That represents The position Of the previous Digit In the Fibonacci Sequence Ich check das nicht The first Odd number Die erste Ungrade Zahl Ist ja dann Eine Eins The square And square root Of this digit Is the same Thing Das quadrat Und die quadrat Wunzel Ist dieser Zahl Dasselbe Oh mein god Was Kann Kann das bitte In deutsch Stehen Die Zeit Wie die Position Der Vorigen Zahl Darstellt Das ist alles Eins Also drei Und vier Beschreibt Ja eins Aber das erste Und zweite Hab ich Keine ahnung Aber da würde Auch eins Auch reinpassen Ne Das doppelte Von eins Ist Keine ahnung Wenn ihr meint Dass das alles Vier mal eins Ist Wenn man Eins zum quadrat Nimmt Oder eins mal Eins macht Dann kommt Eins Ja 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 Aber diese Cabanossi Alter Hab ich Keine ahnung Was das Bedeutet Das ist Nicht Eins 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 Le Vielleicht ist das erstmal nur eine Zahl und wir müssen jetzt noch irgendwie einen anderen Hinweis finden für die zweite Zahl, für die dritte Zahl, für die vierte Zahl. Ne, es steht aber an Lock the door with these clues. Die dritte Zahl, die dritte Zahl. Ich muss googeln wer Cabanossi ist. Leonardo Cabanossi! Die Cabanossi Folge ist die unendliche Folge natürlicher Zahlen, die mit zweimal der Zahl 1 beginnt und bei jeder Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist. In modernen Schreibweisen wird diese Folge... Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Aber ja, das beschreibt einfach nur... Ich denke mal, wir müssen jetzt irgendwie noch andere Hinweise finden, Chat. Das sagt uns nur jetzt erstmal die 1. Vielleicht haben wir hier, hier einen neuen, der Hermit. Nein, nicht nochmal. In welcher Reihen verkehrt ist, ist jetzt mal egal. Erstmal überhaupt herausfinden, ob das, was ich gerade hier in den Raum gestellt habe, die Vermutung, ob die überhaupt Sinn ergibt. Auf der Schere selbst steht keine Zahl drauf. Aber ansonsten gibt es hier ja nirgendwo irgendwie Zahlen oder so, oder? War das Bild schon immer da? Das ist gruseliger. Mit Fibonacci-Zahlen kann man den goldenen Schnitt beschreiben. Okay. Aber sonst haben wir gar nichts mehr. Oder... Das Riddle fängt hier schon an. 1, 2, 3, 4... Uso. Uso. Uso, was hältst du von der Fibonacci-Zahlenreihenfolge? Die Ballerina ist eine 4? Nein. Und danke schön für den Red, Uso. Hallo. Uso. 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 Ja, die Karte ist eine 9, aber ich denke, wer meint die Position der Ballerina, dass hier eine Zahl darstellt. wir suchen gerade vier zahlen in diesem raum hier um jeden zünden kommen ich hoffe ihr seid fans von fibonacci zeig mal die ballerina noch mal poppy hat ahnung von ballerina schieß los kannst du aus dieser tanzform irgendeine zahl heraus sehen gibt den song der ist fibonacci brace bris das geil sagst du die hält die arme in der vierten position ach du scheiße also kommt die neuen an vierter stelle was willst du denn hier mit dem fernse ich glaube das ist schon erledigt da kommt glaube ich nichts mehr es gibt sechs standard position und die arme sind die vierte position ich denke mit dem fernseh sind wir durch das war ja die telefonnummer also wenn das wirklich jetzt darauf hinausläuft dass die ballerina ein teil des rätsels ist flippig aus aber wieso kann man die ballerina anklicken die muss man doch die wird man doch nicht einfach so grundlos anklicken können es gibt vier chat es gibt es gibt sechs kerzen in der wohnung sechs kerzen sind an sind die kerzen auch ein hinweis im text stand dass er die zahlen auch versteckt sind wo meinst du mit so four digits hidden from side a mystery a riddle in the shroud of night decipher the meaning the key to the door to enter red and never seen before does the ions unlock the door of these clues in mind the path to the new reality you'll find a mystery and will the one should be gone in this enigmatic journey will become one i think each line of this the worst means a number code and all generally hope i'm not mistaken jetzt das riddle ist die fibonocci zahl es gibt eine feste fibonocci zahl ich dachte es gibt eine fibonocci zahlenreihenfolge das ist halt alles eins findet ihr nicht diese y sind hier super weird bei mystery die sind zwei y die so besonders herausstechen das heißt an zweiter stelle kommt die 1 an vierter stelle kommt die 9 eine zahl sehr verwirrend ok geben gibt mal einen kleinen tipp einen kleinen hinweis einen kleinen denk anstoß woher ist denn im raum sonst gar nichts mehr also nur zwei zahlen sind tatsächlich eine 1 jose wurde gute nacht die 1 ist eine acht weil eine 8 so aussie chat zack das heißt wir haben zwei blöcke und sie verdoppelt sich selbst und dann wird sie eine 8 los ab hast du da ja ich habe keine ahnung ich weiß nicht was das spiel von mir willen Hey, Sadi, was geht ab? Danke für den Red Sadi. Sadi, was sagst du von den Fibonacci-Sequenzen? Bist du ein Fan von Fibonacci? Da 5 die sechste Zahl in der Folge ist und damit die Position der vorigen Zahl beschreibt. Was? Was? Ich scanne noch Notchies. Nein, nein, Fibonacci-Sequenzen. Okay, sag, wo gehören die Einsen hin? Wo gehören die Einsen hin? Was haben Einsen mit Notchies zu tun? Ja, weil die Nummer Eins sind auf geilem Essen. Eins ist eins, zwei ist fünf. Drei und vier ist beides eins. Also ist eins auch eine Eins. Aber wir haben ja schon den Hinweis bekommen, dass wir nur zwei Einsen haben. Wir haben nur zwei Einsen. Zwei davon sind Einsen. Der Rest nicht. Ist Null eine ungerade Zahl? Nein. Dann muss ja das unten eins sein. Beides. Drei und vier ist eine Eins. Das heißt, die anderen, die nicht, äh, da müssen die anderen halt was anderes sein. Ich sag immer noch, dass Eins Null ist, weil zwei mal Null gleich Null. Ja, ich kann's nicht lösen, Chad. Okay, schieß los. Lara, was sind die vier Zahlen? Was sind die vier Zahlen? Schieß los. Sag es. Zwei, vier, eins, eins. Verstehe ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wieso die zwei kommt. Die vier kann ich eh nichts sagen, weil ich hab keine Ahnung von Fibonacci, Alter. Ich versteh's nicht genau in dem Kontext. Aber inwiefern, the digital doubles itself. Zwei mal zwei ist auch zwei plus zwei. Ach, Digga, komm, ich geb sie einfach rein. Schlimmer als Shakespeare-Rätsel hier. Und vier, weil die zwei, also die Lösung für eins, am vierter Stelle in der Cabanossi-Reihe steht. Wow. Okay, wie dumm ist das denn? Wow. Ja, ja, Previous bezieht sich auf die Zahl, die wir schon bei eins herausgefunden haben. Und nicht generell in der Reihenfolge von Fibonacci. Okay. Wir haben's. Also, ihr habt gegoogelt. There is something on the table. Take a closer look. Jetzt kommen die Karten zum Einsatz. Gewonnen. Okay. Schon wieder eine Ballerina. Aber das ist dieselbe Position, oder, Poppy? Das ist auch vier, oder? Jetzt muss ich wahrscheinlich die Drehrichtung, ne? Der Turm dreht sich im Uhrzeiger. Wieso liegt da irgendwie so ein komisches, ekelhaftes Viech daneben? Turm dreht sich im Uhrzeigersinn. Tod dreht sich gegen. Okay. 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 Der Turm dreht sich mit einer PIN-PASSWORD-Lock. Enter die Access-Code und die Key-Pattern. This book contains only what remains legible Digger. Certain lines have been emphasized with red ink. In this riddlet's game, cards in hand we wield. To open doors where hope and joy are concealed. An arrow's guide, speed and direction unite. In melodies we follow to find our heart's delight. Cards in rows a little to embrace. At the bottom, turning direction fits its place. In the top row, tarot holds the key. Okay. Uns fehlt dann jetzt aber eine, eine... Okay, das ist ja egal, was uns fehlt. Das, was fehlt, setzen wir einfach ein, ne? Dann haben wir so zwei Karten am Ende. So, wir haben jetzt Turm-Uhrzeiger. Tod gegen Uhrzeiger. Und Hermit auch Gegen-Uhrzeiger. Das heißt... Kann man sich die World... Ah, hier. Tower. Ich würde gerne die Zahl von The World sehen. Tower ist eine 16. Tod ist eine 13. Hermit ist eine 9. Kennt jemand die Zahl von World? This is a guestbook of Proto-World-Motel. A rather peculiar name. The pages are smuggled, smudged with bloodstains, making the text nearly eligible. However, one entry can still be read. Oh, okay. The Supreme One, as he referred to himself a while ago, upon reopening the grand portal on the top of Nexus Tower, through which the dark energy of resource flows again, choose to adopt the little supreme sovereign or simply the sovereign for short. This was to ensure that everyone on the continent and particularly in modern city recognized the one who wielded the ultimate power of the universe. Was für Supreme One und was für ein fucking Portal im Nexus Tower. Was geht denn jetzt ab? The World is 21. Okay, danke. Also, dann fangen wir mit der kleinsten Zahl an. Und das ist dann der Hermit. Nein. Dann kommt Death. Dann kommt Tower. Dann kommt World. So. Oh, Moment. Da sind auch noch die Geschwindigkeiten angegeben. Ja, auf jeden Fall war, ähm, der Hermit ziemlich schnell unterwegs. Im Uhrzeiger, gegen Uhrzeigersinn. Das heißt, wir nehmen den hier. Weil ich denke mal, drei Pfeile bedeuten viel schnell. Und die anderen beiden waren ziemlich langsam unterwegs. Äh, der Turm war im Uhrzeigersinn. Der Tod war gegen den Uhrzeigersinn. Und dann bleibt uns nur noch eine Karte. Das ist die hier. Und das ist richtig, ne? Gewonnen. Ist falsch. Tod ist Uhrzeigersinn. Tod ist Gegenuhrzeigersinn. Was ist das für ein Scheiß-Rätsel jetzt hier? Was kommst du mir jetzt hier mit nach außen, nach innen, Digga? Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn? So, die ist jetzt so schnell. Gegenuhrzeigersinn. Ja, das war das mein Plan, Froschmensch. So, so habe ich die Karten auch gelegt. Da steht eine Neun auf der Tür. Auf der Tür steht eine Sechs. Arrows Guide. Speed and Direction unite. At the bottom, turning direction finds its place. In the top row, Tarot holds the key. Ja. Habe ich ja so gemacht. Also, die Reihenfolge ist halt falsch. Ich habe das vorhin so gehabt. Ah, ich kann sie wieder zurücklegen. So hatte ich das vorhin gehabt. Und dann war der Boy Gegenuhrzeigersinn. Der Boy Gegenuhrzeigersinn. Der Boy mit Uhrzeigersinn. Und dann blieb nur noch das hier übrig. Und es passiert nichts. Und ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich die Reihenfolge. Aber wo finde ich die Reihenfolge heraus? Ja. Oh, 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 oh. Ja, hier zum Ende hin wollen die echt krasse Rätsel nacheinander raushauen. Das ist schon wild. Wir sind einfach jetzt in einem fucking Escape Room gelandet. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt einen Tipp bekommen soll für die Reihenfolge. Ich meine, ich kann jetzt einfach alle Reihenfolgen durchtesten. Aber dann kann ich auch genauso googeln. Wisst ihr, was ich meine? Und wieso kann ich den hier anklicken? Zeigt der mir eine Zahl oder so? Hey FlameFox Studios. No Backseat Gaming, richtig? Hast du das viel gespielt oder was? Ja, ich weiß nicht, ob er mir damit eine 3 und 2 sagen will. Und auch wenn er mir eine 3 und 2 damit sagt. Was soll ich denn mit? Hier sind nur 3 Zahlen. Nö. Ja, da kannst du eh nicht Backseat Gamble. Ich denke, man hat keine Ahnung von dem Spiel. Nur 3 Zahlen und wir haben 3 3 tanzende Figuren. Der World fehlt uns ja. Nein. 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 Können wir jetzt hier irgendwie drei Zahlen rauslesen? Ich kann es kurz durchspielen, let's go, Race! Haben die drei Zahlen den Code, was mit dem Tarot zu tun? Naja, das ist das einzige, was es in diesem Raum gibt und alle Hinweise drehen sich um Tarot-Scheiße. Also denke ich mal, sind die drei Zahlen, die wir brauchen, unser Weg zum Ziel. So, aber ich habe keine Ahnung, wo ich... keine Ahnung, Mann. Haben wir nicht die drei Zahlen? Der Typ am Fenster zeigt 3, 2, 5 oder nicht? Du wirst mir jetzt sagen, alles in diesem Raum ist komplett irrelevant. Die ganzen Tarot-Hinweisen sind komplett irrelevant und es zählt nur der Typ da oben. Ja, ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber was wäre das denn für eine dumme Lösung? Wenn einfach... Du hast einen Raum mit ganz viel Tarot-Shit und dann am Ende ist das alles irrelevant. Das wäre echt ein komisches Spiel. Ja, ja, es geht um die Richtungen, wie die sich drehen, aber mein Problem ist ja gerade... Also ich kann ja sehen, in welche Richtung sie sich drehen. So, aber mein Problem ist, ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge ich sie legen soll, weil ich habe keinen Hinweis für die Reihenfolge. Ich habe keine Ahnung. Ich bin stuck. Ich weiß nicht, ob es einfach zu spät und ich einfach zu dumm bin oder ob das einfach hella cryptic ist. Hier hat sich nichts verändert, ne? Ja, das habe ich gemacht. Die Zahlen von klein nach groß sortiert. Hat nichts gebracht. Das habe ich getan. Ich kann aber hier nichts drücken, ne? Ich meine, die einzige Notiz, die hier auch lag, ist halt die hier. Ich weiß nicht, ob die vielleicht die Reihenfolge der Karten verrät. Die haben auf jeden Fall Nexus Tower drin. Für Tower. Everyone on the continent in particular in modern city. Dieser Absatz könnte vielleicht world bedeuten. Und danach, der one who wielded the ultimate power of the universe, ist dann der Tod. Und der supreme one, ist vielleicht der hermit? Supreme one, as he referred to himself a while ago upon reopening the grand portal on top of the Nexus Tower. Jetzt haben wir Hermit, Tower, World, Death. Probier ich mal aus. Vielleicht ist Death und Hermit auch einmal gewechselt. World. World. Ähm. Der war so. Turm. Ähm. Was hab ich gemacht? Äh, das ist falsch. Ähm. Turm war im Uhrzeigersinn. Der war dagegen. Was ich wechseln würde, ist dann vielleicht die beiden hier einmal. Probieren so rum. Die. 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 Wieso Hermit Tower Death World? Oder ja, Supreme One, Tower, Supreme Sovereign und dann World. Das wäre ja aber einfach die Reihenfolge, die da oben steht. Das wäre ja mega dumm. Ich könnte die Boys noch tauschen. Die Terrorkarten haben nicht mit der Kombination für die Tür zu tun. Und was mache ich dann hier in diesem Raum? Was mache ich dann in diesem Raum? Wieso verschwende ich meine Zeit in diesem Raum? Und mit dem Foggen kann ich leider nicht interagieren. Also hatte Qtpie recht. Der ganze Raum ist komplett egal. Es zählt nur dieses kleine Bild. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. So eine dumme Scheiße. So eine dumme Scheiße. Was war das für ein dummer Bait? Was war das für ein dummer Bait? Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Da liegt jemand. Das ist ein Padlock. Make an attempt to unlock it. Wir schauen uns mal direkt an. Was ist hier der Plan? Wir haben vier Zahlen. Von 1 bis 9. Okay. ähm, mein Game ist hängen geblieben mein Game ist hängen geblieben ich kann meine Taschenlampe an ausmachen und mehr auch nicht nee, das ist kein Du-Problem, das ist unser Problem aber an sich sollte es ja kein Problem sein ähm, oh mein Gott, die Kamera wir haben hier 2 4 1 1 2 4 1 1 so, dann wären wir wieder hier ähm, tja hm, okay das ist dann wahrscheinlich gedreht das dann unten 1, 2 dann brauchen wir hier eine 5 5, 4, 2, 9 nicht wenn man das einmal dreht das ist ja unten unten links, unten rechts Mitte oben und das wäre eine 3, ne 5, 4, 1, 3 ja, das ist so Doku äh jetzt bin ich komplett durcheinander 5, 4, 1, 3 oder ist das keine 5, das ist eine 5, ne oder ähm, wir drehen das gar nicht und wir belassen das so, dass das 1, 2, 3, 4 ist dann sind das 6, 2, 7, 4 neun, hab ich falsch gelesen ne, Moment 6, 2 doch, ja doch, neun ja, ich bin dumm ja, ich kann andersrum probieren also davon ausgehen, dass das nur 6 ist aber geht auch nicht du musst schon beide hin was hab ich nicht geändert achso, du meinst dass das andere auch eine 9 sein könnte du meinst so oh mein Gott bitte geh doch da raus da ist irgendwie eine Tür okay, das ist eine Tür ich hab das gar keine 4 sein das ist eine 5 äh, eine 6 wenn wir das alles drehen ist das ja gar keine 4 das ist ja eine 6 das ist ja eine 6 hey Vivi, was geht ab? aber was sagt uns die 6? dann ist das hier eine 6 oder das hier eine 6? ja und ich 5, 4, 1, 7 probiert. Nee. Wie kommst du auf 5, 4, 1, 7? Ist aber eh falsch. Achso, genau andersrum. Moment, das heißt, wir müssen das ja, Moment, wenn es die 1,6 ist, dann müssen wir es ja drehen und spiegeln. Deshalb kommst du wahrscheinlich auf die 5, 4, ne? Müsst du das ja drehen. Oh mein Gott. Warte. Gehirn. Wenn ich das jetzt spiegle, wenn ich das spiegle, dann haben wir... Und dann drehe ich das noch? Wenn ich das drehe, dann haben wir... ...wär es 5, 4, 1, 3. ...warte. 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 Warte. ...warte. ...warte. Äh, ich bin zu dumm. ...warte. ... ...deaff Hermite Tower World. Ok. ... Jetzt kommt die Scheiße! ... ... Dev, Hermit, Tower, World. Dev war gegen Uhrzeigersinn, Hermit war gegen Uhrzeigersinn, aber abgehackt. Turm war im Uhrzeigersinn und das bleibt dann übrig. Das ist Eva! Neflärgern? Lister, ich habe einen Monitern von unseren Gästen. Der Geist hat eine neue Realität um sie zu schildern, auf die Reeser's dark-energie. Es ist both faszinierend und faszinierend. So, was ist der Plan? Wie können wir sie durch diese selbst-kreative Maze? Wie gefährlich ist es für sie in da? Der Risiko ist signifikant. Der Herausforderung liegt in den Obstaklen, die in dieser Realität errichtet werden. Das ist rade, dass jemand, dass jemand so viel Rassur's dark-energie so viel Energie kann ein safeer Raum schaffen. Aber es ist möglich, dass das so machen. Das sind die Proto-Werlds. Okay. Sie sind aus den Gefühlen der Gelegenheit. Als ob ein Willen sich in eine neue Realität materialisiert hat. Das ist nicht gut. Wenn nur Jessie hier gewesen wäre. Sie wäre eine wirkliche Experte bei RAEA. Es ist okay. Wir haben eine Chance zu retten. Ich versuche, ich versuche, eine direkte Link zwischen uns. Ich werde sie, geringe sie nach Selbst-Realisation. Kein der Delikate Balance der Realität. All right. Keep mich auf die Prozesse. Und Ava? Ja? Take care of them. They're no longer just ordinary citizens. If they survive this, they become our ally against the sovereign itself. Just as you are doing now, Ava. I understand. I'll proceed with caution and care. What? Also, habe ich das gerade richtig verstanden? Das, was wir hier erlebt haben, ist alles nicht echt. Sondern wir als, also der Charakter, den wir spielen, hat zu viel von dieser Dark Energy abbekommen. Und hat quasi in seinem Gehirn einen Safe Space erschaffen. Und das Spiel, das hier gerade stattfindet, ist quasi der Safe Space. Und irgendwie die zwei Leute, die gerade telefoniert haben und Eva, wollen uns hier rausholen. dass wir dann auf deren Seite sind und denen helfen. Weil, dass wir hier so ein Safe Space erschaffen uns können in unserem Gehirn und uns damit isolieren können von dieser Dark Energy, scheint wohl was ganz besonderes zu sein. Oder so. Und die wollen uns hier rausholen. Das heißt, dass diese Dark Energy Menschen in Monster verwandelt und so, das ist vermutlich gar nicht echt. Sondern das ist das Safe Space. This is madness. What is this place? And this conversation on the radio device. This can't be real. This can't be real. This can't be real. This. I need to focus. I'm really missing my motorbike right now. Look at this. The bike in front of me could be a twin to mine. To bad it's all rusty and dusty. I doubt it would even start. And I can't even take off my helmet. I was literally snatched while riding my motor by those soldiers of Sovereign who just stopped me and forced me. Oder anwind. This helmet is the only memory I have left of my precious bike. Feels like a total joke, being treated like some sort of surf or something. Oder, ähm, alles was wir bis zu diesem Haus erlebt haben, war echt. Dass wir da in dieser Metro unterwegs waren, dass wir in der Stadt da unterwegs waren, das war alles echt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die uns weggebombt haben. Ab dem Zeitpunkt ist unser Character in diesen Safe Space Modus gefallen. Und befindet sich jetzt hier drin. Und die versuchen ihn jetzt hier rauszuholen. Wahrscheinlich eher so, ne? Da ist Eva. Da ist Eva. Eva. Bosskampf. Äh, Endkampf. Wir wehren uns gegen Eva. Ähm... Ich hab alle meine Items verloren, nur die Teddybären immer noch nicht. Ich hab immer noch die Teddybären. Was sind diese Teddybären? Wofür sind die? Wieso hab ich die noch? Taschenlampe. Ja, langsam kann das Spiel enden. Bin ich auch der Meinung. Oh mein Gott, ich... Hab ich verloren. Ja, es muss für den kleinen Jungen sein, denke ich auch. Der spielt wohl eine ziemlich große Rolle jetzt noch hier. Wie lange die nachlädt. Keine Ahnung, dass jemand die nicht besiegen kann. Wo ist mein Vater? Dieses Padelog macht versucht, ihn zu entlocken. Oh mein Gott. Noch mehr Zahlen? Oh mein Gott. Noch mehr Zahlen? Wo ist das so sehr wichtig? Oh mein Gott... Also weniger wissen das so viel Templier Patrick blitzen. So... Oh mein Gott... 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 Oh dein хотите das? Ja, ja, da steht irgendwas vorhin, ja, die Waffe besteht aus Dark Energy Da bin ich gar nicht mehr sicher, ob man die besiegen kann dadurch Weil die sind ja komplett verseucht mit dieser Dark Energy, das geht Okay, man kann die töten Junge, die Sounds Schade Irgendwann reicht es aber auch mit den Rätseln, ja Ich lese mir gleich Guter Schuss In die falsche Richtung Ich würde die gerne alle besiegen, aber Ich brauche mehr Abstand Als ob der dich getroffen hat, bitte lauf Nice Nice Ich glaube, da hat noch einer gelebt, oder? Okay Kurz heilen Mit dem giftigen Giftwasser Lore Resource Okay Und wie findest du das Spiel? Ist ganz cool following the emergence of resource and converting the dark energy particles to waveform by the government in the nexus tower Pecular occurrences began unfolding Okay Okay Und Alex Dankeschön für acht Monate, man Vielen, vielen Dank These encompassed These encompassed unusual creature formations and alterations in people's behaviors One prominent Anonymally global event One prominent animal global event termed the crisis swept across the continent It led to widespread mental deterioration and a notable surge in criminal activities During that time a distinctive criminal faction emerged known as the resource They devised a method to convert resource dark energy from solid energy batteries which functioned as an alternative to conventional electricity into an injectable liquid form The gang members gained supernatural abilities but became vulnerable to sunlight almost as if they were akin to vampires What the fuck? The crisis was resolved by establishing RAEA Das haben wir vorhin gehört, ja Resource Anomaly Enforcement Administration Numerous cases were successfully closed thanks to the remarkable efforts of various individuals among who renowned Jesse Sullivan stood out Ja, den Namen haben wir auch gerade gehört am Telefon Post the crisis Strict Regulations were imposed on resource usage and extensive controls were enacted The Nexus Tower in modern city assumed a pivotal role is a comprehensive regulator for its utilization Yo, gute Nacht, Toastbert Okay, also scheinen die mehr oder weniger die Welt übernommen zu haben Und die haben irgendwie aus dieser dark energy Batterien erschaffen Ich komme hier never durch, oder? Warte, ich gehe kurz speichern Junge, die Rätselpassage, ne? Hat mich so fertig gemacht Und jetzt muss ich wieder normal spielen Das scheint da hinten eine Sackgasse zu sein Da kann vielleicht ein Teddybär sein fürs Finale fürs gute Ending Man muss alle Teddybären gesammelt haben Und dann kriegt man ein gutes Ende Kann die Alde nicht mal schneller laufen Jetzt so zum Finale Irgendwie so einen kleinen Boost bekommen In ihrem Safe Space Stellt sie sich vor Wie sie super schnell unterwegs ist Und kann ja sein, dass Eva Auch diese Durch diese dark energy Quasi Auch so eine super Kraft Bekommen hat Und wir jetzt einen Charakter spielen Der vielleicht auch womöglich Jemand sein könnte Der auch so eine super Kraft entwickelt Wie Wie die Bösen Und deshalb wollen die erst recht uns helfen Weil dann so einen Superhelden Auf ihrer Seite zu haben Dann geht's ab Dann Eva und Wir zusammen Was glaube ich aber dann auch nicht so geil ist Weil dann kann man ja Nur nachts Raus Und kämpfen Zum Glück ist das ganze Spiel nachts Schade Schade Ich hab mein Bestes gegeben Okay Aber das scheint irgendwas Optionales zu sein Es wäre da irgendwie Was Fürs Durchspielen nicht wichtig Oh ich bin zurückgelaufen Fürs Spielen nicht wichtig Durchspielen nicht wichtig Aber Ein Teddybär Teddybär scheint eine sehr sehr wichtige Ressource zu sein Ich hab keine Heilung ne Ne hab ich nicht Okay Ich krieg's nicht hin Okay Kotzt mich an Ich will's schaffen Wir haben schon nach 0 Uhr Wieso spiel ich dieses Spiel eigentlich noch Ja die Mitte ist halt ein Problem Wenn ich in der Mitte bin Dann treffen die sich ja auch da in der Mitte Wie das hat mich berührt Es Unmöglich Okay haltet euch fest Chat Haltet euch fest Jetzt wird's verrückt Haltet euch fest Das kann man gar nicht schaffen Und ich muss erst den Strom abstellen Das klingt verrückt oder Aber wir hatten ja gerade einen Generator gehabt Was ist wenn wir dieses Generator Rätsel lösen Ich glaube Dann ist es alles viel einfacher hier So Wir brauchen vier Zahlen Wie komm ich auf diese vier Zahlen Was Ich muss irgendein Wort bilden Aus vier Buchstaben Welches Wort könnte ich bilden Aus vier Buchstaben Chat Aus diesen vier Was hier in diesem Kontext Sinn ergeben würde Aber auch wenn Ne ich muss kombinieren Vielleicht muss ich wirklich einfach nur das Wort unten nehmen S Warte mal Ich zähl mal Oh wow Wie viele Buchstaben sind das Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Okay es sind genau acht Okay dann ist ja easy Dann haben wir eine fünf Fünf, drei Fünf Äh Fünf, drei, sieben Fünf, drei, sieben, sechs, 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 fünf, drei, neue gegner lauf doch bitte er tritt mich einfach ja 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 so du guck war einfach nicht getroffen ja alle weg Wir können speichern. Ich habe zwar Damage bekommen, aber hey. Emre, ey, dankeschön. Für 40 Monate, nein. Unknowen. Ne, die fahren immer noch, oder? Ne, da fährt, glaube ich, nur noch eine Säge rum. Oder die mittlere oder so. Okay, nur die mittlere fährt noch. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Wieso portet er sich zu mir? Okay, drei Schuss überleben die. Ja, die braucht super ewig die Knarre nachzuladen und du kannst nicht auswählen, wann du die Knarre nachladen willst, sondern sie lädt sie halt automatisch nach. Das ist halt so dämlich. Wenn ich wenigstens selbst entscheiden könnte, wann ich sie nachlade. Äh, ich streame, bis das Spiel zu Ende ist. Was, hoffe ich, bald passiert. Was war das denn? Okay, ich dachte, vielleicht kann ich dieses Ding irgendwie kaputt machen. Wohin schießt du? Letzter Schuss. Ja, wenn man weiß, dass ich nur drei Hits überleben, ist das auf jeden Fall angenehmer. Da kann man die letzten zwei Schüsse einfach raus spammen. Den ersten treffen, weglaufen und dann die letzten zwei einfach durchspammen. Also ewig. Nee, wir sind schon im Finale. Morgens jetzt spielen wir auch ein ganz langes Spiel. Am Stück durch. Das wird aber kein gutes Spiel. Das wird ein trashiges Game. Aber ein geiles, trashiges Game. Was kommt morgen? Äh, fahren halt. Ich weiß nicht, ob du das kennst von der Typ, der Detroit Become Human und so gemacht hat. Sein erster großer Hit. Das war eine ziemliche Shit-Parade. Und ich hab's nie durchgespielt. Weil es eine Stelle gab, die viel zu schwierig war. Und es gibt alles. Es gibt Horror, es gibt Action, es gibt Magie, es gibt Sex, es gibt alles. Kann bitte die Kamera sich drehen? Achso, ich kann da gar nicht durchlaufen. Achso. Wahrscheinlich muss ich das auch erstmal irgendwie deaktivieren. Das Game ist doch voll beliebt. Ja, aber das heißt ja trotzdem nichts. Dass es eine riesige Shit-Show ist. Das ist eine riesige Shit-Show. Meine Taschen-Show funktioniert auch nicht wirklich irgendwie. Ich seh ihn nicht. Wer? Ayu. Der Ayu. Warnt mich morgen vor, wenn die Sex-Szene kommen. Was das betrifft, bin ich so ein zwölfjähriges Kind. Das wirst du ganz gut daran erkennen, indem sie anfangen, sich zu küssen und auszuziehen. Rusty Gate Key. Aber wie lange dauert dieses Kornfeld eigentlich hier noch? Das ist ein Gitter. Das ist ein Gitter. Und hier brauchen wir den Rusty Key, ne? Bevor ich da durchgehe, kurz hier hinschauen, ob hier eine Heilung noch rumliegt oder so. Eine Heilung wäre halt echt geil, ne? Ich habe das damals gleich bei Saraza geschaut. Ich habe damals bei Dingens geschaut. Als es rausgekommen ist bei... Giga. Ich habe damals bei Giga geschaut. Mein Neffe schläft heute hier und seitdem er da ist, ist mein WLAN-Zugage. Oh nein. Und die haben es damals auch so gehypt, aber sie haben immer nur den Anfang gespielt. Oh, da ist Eva. Eva, bleib stehen. Es ist schon lange kein Speicherpunkt mehr gekommen. Ich habe ein bisschen Angst. Weil das alles nochmal zu machen, wäre schon echt scheiße. Keine Schere darf ich hier benutzen? Hm. Sie sagt einfach hm. Hm. Ah, doch, geht doch. Es müsste, glaube ich, eine Remastered-Version geben, ja. Es gab... Oh, Speicherpunkt. Es gab so Indigo Prophecy Remastered Edition. So, sind wir fertig mit dem scheiß Wald hier. Mit dem Kornfeld. Äh, da kommen noch mehr. Äh, diese Passage ist ja wirklich komplett unnötig. Bruh. Schon wieder, ey. Bei so einer Vogelscheuche kommt wieder dieser Effekt. Bestimmt bin ich noch 20 Minuten da, ja. Bestimmt. Spielstreckung. Ja, ich checke auch nicht, was hier der Plan war. Weil ich meine, es ist ein Indie-Game und Indie-Games, ähm, werden ja oftmals refundet. Und wenn man dann gerne dann irgendwie das Spiel ein bisschen strecken möchte, damit die Leute es nicht innerhalb von zwei Stunden durchspielen und das refunden, okay. Aber das ist ja schon weit hinter den zwei Stunden. Ich bin tot. Knappe Sache. Geile Kamera. Oh, Heilung. Aber die schwache Heilung leider. Ey. Was haben wir hier? Following the quite years post-crisis and the regulation of resource through the provision of a special PDA wearable device, Re-Link, for each citizen in Modern City, RAEA was disbanded. However, a more calamitous event struck Modern City sometime later, once again linked to resource and specifically to the dark energy source housed within the Nexus Tower. Hordes of monstrous beings descended upon the city in the Nexus Tower, appearing as though they emerged from the depths of hell, later to be called Underworld. Okay. The source of resource was stolen, or rather absorbed, by an unknowable figure resembling a sorcerer in a cloak, as described by the Supreme One. Junge, was nimmt das Spiel für einen komischen Turn, alter? Despite the loss of resource as an ideal energy source, the Supreme One remained resolute and began seeking alternatively energy sources, albeit with no success. After nine years of experimentation, the portal was reopened and the crucial dark energy source of modern city resource began inventing once more. However, this marked a turning point. The Supreme One declared himself as the sovereign, initiating a new era on the continent, the Age of Resource Utopia. Yet, it spiraled into a true dystopia for everyone involved. Some individuals weren't content with this situation. Thus, a covered group emerged calling themselves Removers, resistant movement against resource. This marked the inception of the real confrontation between the government of the sovereign and the people of the continent and the cities. Yeah, okay, das habe ich ja schon mehr oder weniger gesagt, ne? Das ist so klingt, als würden die dann die übernehmen und dann in den Krieg ziehen. Ach, komm schon. Hammer Grober, Sägeaxt. Was ist das jetzt wieder für ein Scheißrätsel? Ich verstehe sowieso solche Passagen nicht. Es bringt nichts zur Story bei und auch nichts zur Atmosphäre, jedenfalls meiner Meinung nach. Es ist ja schon irgendwo atmosphärisch, aber langsam reicht es auch irgendwo. Doch, Map habe ich hier. Von hier kam ich, ne? Na, von hier kam ich. Wahrscheinlich muss ich dann da unten lang. Ich muss jetzt aber nicht die Schaufeln auf der Map zählen, die Werke, die Segen oder so. Hier ist ne Schaufel schon mal. Oder die ganzen Vogelscheuchen hier haben Werkzeuge in der Hand. Und ich muss die zählen. Hä, das wäre nicht beschissen. Das wäre super nice. Okay, ich muss das wieder erstmal deaktivieren. I guess. Was ist jetzt unsere Aufgabe hier? Ja, wir sind ja gerade in irgendeinem Safe Space. Unser Gehirn hat ein Safe Space erschaffen. Und. Und Eva versucht uns hier rauszuholen. Während aber natürlich die Dark Energy weiter uns beeinflusst. Ja. Was soll ich jetzt damit anfangen? Hammer H-A-M-M-E-R H-A-M-M-E-R Links vor dem Kasten. Was ist links vor dem Kasten? Links vor dem Kasten? Da liegt was auf dem Boden. Oh, lol. Hä? Ich seh's halt nicht da. Ja, was ist das denn? Oh, man kann's nur einmal anklicken oder was? Ne. Okay. Was ist das für ein scheiß Rätsel? Okay, Chad. Wir haben drei Hämmer. Wir haben zwei Crowbars. Ne, vier Hämmer. Zwei Crowbars. Fünf Segen. Und eine Axt. Das macht dann vier Zwei Zwei Fünf Eins. Vier, zwei, fünf, eins. Vier, zwei, fünf, eins. Geiles Rätsel, Mann. Also, ich glaub, hier hat der Mittel... Ich glaub, hier hat er keine Ideen mehr gehabt. Ich ignoriere die Boys einfach, okay? So ein bisschen Dora the Explorer Rätsel war das gerade. Jumpscare, komm, Chad. Vorsicht. . Jumpscare, dann geht's Rätsel. Dann gehen wir schon. Jumpscare. Ich spiele dir das. Das war unfair, wie nah er sich herangebotet hat. Boah, ich sag's wie es ist, ich hab absolut keinen Bock mehr. Ich muss wieder komplett drüber laufen, zu dem Segenrätsel. Die läuft halt so langsam. Boah, ey. Ähm, wie heißt das Game nochmal? Plastomorphosis. Gibt's ein komplettes Playthrough? Ich will sehen, wie weit ich bin. Schade. Ich dachte, vielleicht gibt's dann ein komplettes Playthrough, irgendwie so sechs Stunden lang. Und ich könnte kurz reinschalten und schauen, wo ich gerade mich befinde im Spiel. Ich war gerade auf YouTube, hab's nicht gefunden. Nur so kurze Videos. Das ist das letzte Areal hier. Ja, ich stehe da von neben mir. Das hat sich doch schon nicht gelohnt, oder? Nee. Ich brauch keinen Link. Ich weiß ja jetzt, das ist das letzte Gebiet. Oh mein Gott, diese Pflanze. Die Pflanze sind da. Ja, wenn ich gleich so geradet werde von denen Ich muss die töten eigentlich Das sind viel zu viele Weil dann kommen vorne noch Wieder andere Gegner Und dann werde ich die ganze Zeit von denen verfolgt Das wäre zu viel, ich muss die eigentlich alle töten Ich wollte gerade nach dem Code fragen, dankeschön Die spawnen ja jetzt direkt Dass ich an denen vorbeilaufen muss Und dann sterbe ich ja jetzt schon direkt Ich habe kein Leben mehr Wobei, das ist die letzte Stelle Die musste ja schwer sein Ich habe heute zu viel Damage hier bekommen Bei dem einen Plep Achso, ich sehe gar nichts Achso, ich sehe gar nichts Achso, ich schieße daneben Guck mal, die sieht man da schon hinten Achso, das ist der eine Der direkt bei dem Rätsel steht Rätsel Warte, ich gehe mal kurz Hier hoch Gibt es hier vielleicht Heilung Gibt es hier vielleicht Heilung Das Ding ist Achso, ich bin wieder hier Wo ist denn der Hinweis zum Rätsel Das Ding ist, ich muss jetzt da getroffen werden Ich glaube, ich kann da gar nicht durchkommen Ohne Damage zu bekommen Den Hit muss ich taken Den Hit muss ich taken Und dann werde ich hier halt direkt gecaged Wie soll ich das dodgen um Achso, ich mache mir vor Da ist noch einer Okay, ich glaube, ich habe alle weg Ich glaube, ich würde jetzt sogar schon mal nochmal kurz zurücklaufen nochmal zurücklaufen und heilen Außer sind jetzt neue Gegner gespawnt Ist zwar nervig mit dem Zurücklaufen, aber Lieber das, als nochmal den Weg zu machen Ja, das ist ja hier, diese Welt ist ja ihr Safe Space Und in ihrem Safe Space bewegt sie sich so, wie sie sich am wohlfühlsten Am wohlfühlsten Am besten fühlt Und das ist ihre Wohlfühlgeschwindigkeit Das ist ihr Safe Space hier Am wohlsten Am wohlfühlendsten Am wohligsten Slow-Mo macht es eben schon Genau, das kommt auch noch dazu Slow-Mo Slow-Mo ist halt epic Aber es ist ja wirklich Top 10 beschissenste Laufanimationen Im Videospielen, oder? Selten so eine beschissene Laufanimation gesehen Das ist so lange durch, als das Spiel Das Spiel war ja nicht scheiße Es hat irgendwie zum Ende hin nur Es hat zum Ende hin nur irgendwie einen Komischen Weg gewählt Ansonsten macht das mir eigentlich sehr viel Spaß Das Spiel heute Nach jedem Gegner heilen gehen Stimmt, hier bin ich verreckt, ne? Ja, die Stelle Habe ich vergessen Aber die ist ja richtig scheiße Kannst du irgendwie rankommen? Kannst du irgendwie? Kommst du ran? Er kommt nicht Ich stand noch drin Ja, ich mochte die Rätsel sehr gerne in dem Spiel Generell die Atmosphäre, die Musik Alles war schon ganz cool Aber hier wollte er am Ende echt zu viel irgendwie Das hätte man sich hier den Part echt sparen können Gibt es hier irgendwas? Eine Heilung oder so? Ne, ne? Vielleicht gibt es hier eine Heilung Er steht neben mir Boah Ja, diese Random Ports Das ist halt, ja Du kannst halt nichts dagegen tun, ne? Du kannst halt nichts dagegen tun, ne? Wenn du Pech hast und der Portet sich halt direkt zu dir Du kannst nicht mal weglaufen, weil Die Ladeanimation so lange ist Du bist dann mehr oder weniger gezwungen zu sterben Außer du hast noch irgendwie Heilung Die ich nicht habe leider Jumpscare 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 Ich werde hier nicht leben. er steht da neben mir muss ich machen ich überlege jetzt vielleicht komplett durchzusprinten gar nicht versuchen zu kämpfen einfach durchzuspringen wie läuft es katastrophe ich bin stark ich bin stark Ja, direkt rot Entwett? Leggen wir loben. Oh, no ich war één. Oh ja! Oh ja ja! Oh ja! Hallo, kehleur des Spielinstisters. despairest du auch diesen Backspunkten? developer do you don't like good games developer why you want that I end your game with bad feelings digger why don't you make a good ending a fun ending why why you fuck why you fuck up let's go we're in complete of luck camera midi kit ach du scheiße die unsichtbare wand I am confusion sie schießt alles daneben was war das denn was war das denn und sura yo dankeschön sura yoi dankeschön für 16 monate vielen vielen dank was musst du denn machen abhauen keine ahnung was ich machen soll ich muss auf jeden fall nicht sterben aber ich habe keine heilung die gegner sind super stark und super schnell teleportieren sich random meine lade nachladeanimation ist super lange und ich kann immer nur ein schuss machen den habe ich wieder gut erwischt ja die kamera ist durchgehend im spiel problem das denn go dann die Das ist ein starker Versuch Das ist ein guter Versuch Ich habe die drei Verfolger weg Müsse ich jetzt nicht zum Medikit ziemlich free durchgehen können ohne kämpfen zu müssen Okay ich komme ganz easy durch Nice So Medikit Ich kann definitiv nicht weiter Okay das ist ein sehr guter Try Ich kann nur bei so Laptops speichern Okay wir sind gleich beim Speicherpunkt Und dann hoffe ich Kommt das Ende Da hinten Dann bin ich full live Speicherpunkt Und alles ist geil So okay Okay Ich bin drin Let's go Das war das schwierigste bisher im Spiel Weil es bestimmt auch das letzte ist Das war quasi der Endboss Umgedrehte Kreuze What the fuck Der Teufel Okay wir haben ja gerade auch was gelesen von Underworld Vor allem alles ist in So mit Punkten geschrieben Wie so Dateien oder so Re.sass Äh Surs Porto.world Under.world What the hell This can't be real Ich bin wieder im Zug Wie am Anfang des Spiels Ey Zwei kleine Heilungen Und jetzt finde ich wieder das Handy So you're saying they're traversing their own photo world While their physical body lies here in our remover's lab Barely holding on How did they even survive that explosion And the subsequent fall into the sewer river Doch alles war proto-world Alles Ach vor der Explosion Das ist unparalleled Even the Sovereign fears its potential He knows it might be substantial enough to grant him godlike abilities This is unbelievable We must put a stop to Shhh Let me concentrate and finally guide their consciousness If they survive They could become a potent ally They might not possess my abilities But they could be formidable enough to resist the Sovereign and his soldiers As you say You are truly a unique being now We've all been waiting for you Metro District S Metro District S The train is approaching its final destination This will be the line of stop Yeah, I'm the man from the Spiels To be close ich bin so verwirrt was jetzt mit der protoworld ist war das von anfang an protoworld war das erst ab dem er ist ab der explosion ich bin so verwirrt the gate won't move unless i use in pass das sieht schon cool aus jungen dieser schleim überall in diesem spiel sie läuft schon so super langsam und dann ist nur noch schleim hör doch auf äh mit der waffe habe ich unendliche munition ja weil es hier die das hier nicht die man nicht mehr die echte welt deshalb hat sie auch unendlich munition light a weapon fresh and true shadows dark its shield its loom wisely will wield the time in view actions measured victory bruise light is a weapon what next stories that alter reality anyway could a powerful beam of light harm and exposed these warped shadow entities serving as a formidable formidable weapon against them ja mach ich die ganze zeit schon ne human brain star-dor EU bitte was bjako 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 fack Junge, wieso läufst du im Kreis? Na Hand. Muss ich hier mein Gehirn abgeben? Da ist das Kind wieder. Ich hab noch meine Teddybären. Ich hab noch nichts anderes zu geben. Doch, Teddybären. Was erwartet für diese Teddybären? Should ich einen? Ja. Oh nein. Zwei Teddys klingt irgendwie zu wenig. Ich muss wahrscheinlich viel mehr schon an der Stelle gehabt haben. Research EMP Jammer. Drei ist ne viel schönere Zahl. Der kommt bestimmt jetzt noch irgendwie zweimal. This device generates Impulses that prompt certain devices to reset their equipment timeouts. Und ne Heilung. Ist das immer noch unknown? Ist immer noch unknown, ja. Noch ein Speicherpunkt? So. Endboss. Oh, noch mehr von den Gegnern? Kein. Join us. Oh. What the dice ist? Oh. 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 das ist halt wie auch am anfang der kampf gegen die mannequins wo eine von den mannequins die alle geführt hatte in mir auf mir mit mir neben mir die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wohin schießt du Frau? Wohin schießt du? So jetzt nur noch der Big Boy Ist er unsterblich? Der ist unsterblich Der regiert nicht drauf Ich glaube ich muss ihn mit Licht angreifen Okay ich glaube das hat Damage gemacht Vielleicht Ah ok ich check's Ich check's Wenn er so vibriert Dann ist er unsterblich Ich muss ihn erst mit Licht schwächen Und dann kann ich ihn anschießen Und dann ist er Joinen! Aber wir fielen überlebt! Get it beat her! Mache ich vielleicht doch was falsch? Vielleicht mache ich doch was falsch. Was? Was? Okay, ich glaube, ich werde nicht mehr joinen. Join us, Join us, Join us, Join us! Ich glaube nicht, dass der Jonas sagt. Da oben ist, glaube ich, der Weg. Ich speichere noch mal kurz. Kann ich mehr speichern? Doch, kann ich noch. Leben sieht gut aus. Ich habe Heilung noch bekommen. Mortis. Wie wäre es, wenn ich jetzt noch neben Heilung und Leben auch noch ein Screen mit Credits bekomme? Haben wir es geschafft, Chat? War das der Inbus? Ja, sie ist aufgewacht. Da ist Eva. Da ist Eva. Du bist unglaublich froh, dass ich auf dem Riverbank stumbled auf dich. Und ich habe dich hier gebracht. Glücklich, du. Dieses Körper ist jetzt sturdier und stärker als ein normaler Mensch. Du bist nicht human. Dann kann ich mit deinem Sprache sprechen. Du bist nicht human. Wie warst du mit deinem Sprache sprechen? und es hat mich in die ich jetzt bin. Es ist wie ein Mixed-Blessing, both ein Gift und ein Curse. Ich glaube, das Sovereign und das Scientist hat dieses Ergebnis erwartet. Wie waren Iberwitness visions related to you? Was ist passiert? Relax, take a deep breath. All I can say is that this was linked to the Plastamorphosis experiment and it's over now. I'll try to explain later, hopefully. For now, we have a team to meet. Lister, the Head Scientist, figures you're good for something. Especially after surviving that re-SIRS overload and that run-in with all those creatures. That evacuation was just the beginning. We've got a big event on the horizon and we need to gear up for what's coming. Removers have something or someone crucial that'll help us intervene and put a stop to this mess. Right now, any hands-on deck count because the Sovereign gearing up for the next phase of their power and control plan. Can you vote? Total domination not just over people but over re-SIRS too. How do I know all this? My new body can sift through the data in the re-SIRS energy streams now. Feels like I'm floating in a void of dark energy that's everywhere in modern city. I have the words. I need to reflect on everything. Take your time. I will be waiting for you. At the end of the corridor. At the end of the corridor. And be the first person. Oder? Yeah. The computer screen is filled with various hacking programs used by hackers to manipulate different equipment. Amidst the clutter only one file stands out. The recent message dumped from the table of a leader of soldiers squad from the Metro block. From Citizen Defense Bureau. Report to the sovereign regarding their operations completion. All targets, the plastomorphs, were eliminated by a significant surge of dark energy, resulting in substantial physical damage to their structures. Furthermore, there was unintended harm to both infrastructure and civilian populations in the metro block of modern city's social district. The plastomorphs experiment has been determined a failure. All equipment that was destroyed is to disposed of and all activities related to this experiment are to be classified. The plastomorph target type unknown has disappeared in an unspecific direction. That's wahrscheinlich Eva, no? Currently, it is not a priority for the mission. Status passive search. It has a sovereign to commence the next phase of resource integration control and utilization power of dark energy. Given the failure of the plasmomorphosis phase, the subsequent stage is unavoidable and necessitates more comprehensive control over the civilian populace. We anticipate the initial instructions for replanching the ranks of the initial CDB units, Sea Seekers and Sea Raiders. Okay. For the new generation of soldiers of sovereign. For the new generation of soldiers of sovereign. Dr. Dr. Mrs. finden konnte wenn man zb beim ersten mal die verpasst oder so sie läuft auch in first person ziemlich langsam das sind auch überall unten an den türen diese trifos symbole die eva hinterlassen hatte wo wir graben sollten ich glaube wir haben sie haben das ist frisch fases im rhein im lister ist sort of leader around here though in our crew we're all on equal footing im sure you're full of questions but eva will catch you up shortly by the way concerning our mission im it's high time we track down jesse sullivan she's the lynchpin to this whole mess i hope she's still alive the whereabouts remain confusing but we've gathered our initial needs okay let's go guys Ich hab's gescheft. Boah, ich weiß nicht, ob mir der Turn am Ende gefallen hatte. Dass das plötzlich alles so supernatural wurde. Also das Ding ist ja, es gibt ja diesen Turm, aus dem diese Dark Energy kommt. Und mit diesem Resource kann man diese Dark Energy irgendwie kontrollieren. Und irgendeine Gruppierung hat irgendwann mal daraus quasi Batterien erschaffen. Und somit natürliche Energiequellen passé gemacht. Und konnten damit quasi die Stadt hier übernehmen und den Turm übernehmen. Und diese ganze Scheiße dann Richtung von wegen, jo, die wurden dann zu so Leuten mit Superkräften. Und auf der anderen Seite ist jetzt so eine Eva, die die erste ist, die von alleine selbst zu so einer Superkraft, so einer Superkraft Menschen wird. Und irgendwie ist jetzt so ein Kampf zwischen den Removers und den Resurcers oder wie die heißt. Auf einmal haben die so einen Superheldenkampf, Alter, halbe Avengers auf einmal. Ich weiß nicht, Mann. Ich mochte den ersten Part am liebsten. Wo man in der Metro umgelaufen ist. Das fand ich ganz cool. Wo dann so ein bisschen die Mystery aufgebaut wurde. Und so. Aber danach wurde es echt komisch. War für die letzte Stunde zu müde. Habe irgendwie alles vergessen. Es war irgendwie auch echt alles weird. Also mir hätte das gefallen. Also ich hätte das cool gefunden, wenn es wirklich diese Organisation gibt. Mit dieser Dark Energy, mit diesem Turm und so weiter. Aber dass diese Dark Energy und diese Resurcers irgendwie was anderes machen. Wie zum Beispiel Menschen kontrollieren oder so. Und dann wollen sich Leute von denen befreien. Bis dahin wäre ich noch voll dabei und so. Da war ich voll dabei und so. Aber dass das irgendwie in so eine komische Richtung ging. Dass dann so eine Gruppe irgendwelche Superkräfte bekommen hat. Und diesen Turm dann übernommen hat. Und jetzt die ganze Stadt denen gehört. Und sie jetzt irgendwie irgendein Tor geöffnet haben. Und damit jetzt die ganze Menschheit unterwerfen wollen. Und jetzt gibt es irgendwie so eine kleine Gruppierung. Auch aus Superhelden. Ich weiß nicht. Ich fand es cool, bis zu dem Raum mit dem Tarot. Mit dem Tarot scheiße. Der relevant war. Irrelevant war. Ne, der war ja später relevant. Aber ab dem Punkt, wo man zum ersten Mal reinkommt, ist er irrelevant. Und ja. Ich hasse das, wenn die Story, hey, alles nur in deinem Kopf ist. Das ist so enttäuschend. Ja, ist es ja nicht. Ist es ja nicht. Nur der letzte Part war halt so. Aber trotzdem. Das, was man am Anfang erlebt hatte, war ja alles die echte Welt. Und dann wurden wir weggebombt. Und ab da war dann alles im Safe Space, im Mind. Und am Ende haben die dich wieder rausgeholt. Und dann bist du wieder in der echten Welt. Und dann bist du wieder in der echten Welt. Und das ist ja trotzdem irgendwie eine schon sehr unique Story gewesen. Bisschen weird. Und ein bisschen irgendwie zusammengeworfen aus verschiedenen Dingen. Aber irgendwie auch unique. Und das war irgendwie ganz cool. Vor allem, dass das irgendwie so ein Mix war. Irgendwie aus irgendwie so einem Traumwelten-Shit. Aus irgendwie so Dystopie-Sci-Fi-Kram. Aber dann irgendwie auch teilweise so Fantasy-Kram. Von wegen, wir haben ein Portal geöffnet. Und der Bösewicht ist irgendein Typ mit einer schwarzen Kutte und so. Das war irgendwie auch alles so ein bisschen weird. Fantasy-mäßig. Also irgendwie von allem irgendwie was zusammengeworfen. Und daraus dann was gemacht. Was irgendwie auf seine Art und Weise sehr unique war. Ja. Was auch cool ist. Und wir eigentlich mehr davon brauchen. Auch wenn es mir vielleicht am Ende nicht ganz so gefallen hat. Es war auf jeden Fall entertaining. Ich hatte sehr viel Spaß damit gehabt. Vielen Dank.